Sie hören hier Irrt Maigret von Georges Simenon. Gesprochen von Christian Berkel, Friedhelm Toc, Ursula Werner, Stefan Baumecker, Renate Krössner, Eva Weißenborn, Gerd Grasse und Ulrike Krummbiegel. Die Straßen rings um den Triumphbogen waren fast menschenleer. Ein paar Männer schafften gerade die Mülleimer fort. An den meisten Fenstern waren die Vorhänge noch zugezogen und nur in einigen war Licht zu sehen. In der Avenue Carnot stand ein Schutzmann in Pellerine auf dem Gehsteig. Maigret öffnete das Haustor mit den blank geputzten Messingknöpfen und trat ein. Die Concierge saß in ihrer Loge und frühstückte. Sie sah ihn durch die Glastür an, rührte sich aber nicht. Wie in jedem gepflegten Haus funktionierte der Fahrstuhl geräuschlos. Das Rot der Läufer bildete einen schönen Kontrast zur gebohneten Eichentreppe. Im dritten Stock sah Maigret drei Türen und stand einen Augenblick unschlüssig da, als die linke Tür aufging und ein Inspektor erschien. Maigret ging durch den Flur, in dem nur ein Kleiderständer und zwei Stühle standen, und betrat einen Salon. In der Ecke eines gelben Sofas war eine brünette junge Frau merkwürdig in sich zusammengesunken. Auf ihrem Schlafrock war ein großer, dunkelroter Fleck zu sehen. Sie war nach der rechten Seite abgesackt, ihr Kopf hing herab, die Haare berührten fast den Teppich. Jetzt erst wusste Maigret, was ihm bei seiner Ankunft aufgefallen war. Normalerweise hätte er sich schon auf dem Trottoir durch eine Menge von Schaulustigen hindurchzwängen müssen. Gewöhnlich lagen auch in den Gängen die Hausbewohner auf der Lauer. Hier jedoch war alles so ruhig, als sei nichts geschehen. Am Ende des Flurs fand er die Küchentür. Sie stand offen. Neben dem Gasherd saß die Putzfrau, die die Leiche von Louise Fillon entdeckt hatte. Sie blies in eine Tasse Kaffee, um ihn abzukühlen. Wie sie so da saß, berührten ihre Füße kaum den Boden. Ihre Schuhe waren zu groß und ihr Kleid zu weit. Der Kaffee roch so gut, dass ich Maigret ebenfalls eine Tasse einschenkte. Sind Sie nicht früher einmal wegen Ladendiebstahls verhaftet worden? Deswegen auch. Was ist eigentlich heute Morgen passiert? Ich war um acht hier. Ich stieß die Salontür auf und sah sie. Haben Sie sie angefasst? Ich brauchte sie nicht erst anzufassen, um zu wissen, dass sie tot war. Und weiter? Dann habe ich die Polizei angerufen. Und dann? Nach dem Anruf? Habe ich gewartet. Und was taten Sie inzwischen? Nichts. Sind Sie sicher, dass Sie nichts angerührt haben? Ganz sicher. Haben Sie keinen Revolver gefunden? Ich habe gar nichts gefunden. Sagen Sie, wusste Ihre Arbeitgeberin, dass Sie im Gefängnis waren? Ich habe es ihr erzählt. Und war sie nicht erschrocken? Sie fand es lustig. Es sollte mich nicht wundern, wenn sie selbst schon gesessen hätte. Was meinen Sie damit? Dass sie auf den Strich gegangen ist, bevor sie hier einzog. Woher wissen Sie das? Weil sie es mir erzählt hat. Aber selbst wenn sie es mir nicht gesagt hätte... Haben Sie eine Ahnung, wer Ihre Arbeitgeberin ermordet haben könnte? Nicht im Geringsten. Empfängen Sie oft Besuche? Ich habe nie irgendwelchen Besuch gesehen. Allerdings gehe ich mittags weg. Wissen Sie, ob sie Bekannte hat? Alles, was ich weiß, ist, dass in einem der Wandschränke ein Männerschlafrock hängt. Es stehen auch ein paar Männerpantoffeln und eine Zigarrenkiste drin. Wissen Sie, wer der Mann ist? Ich habe ihn nie gesehen. Hat er nie angerufen, wenn Sie hier waren? Doch, manchmal. Wie nannte sie ihn? Pierrot. Ließ sie sich aushalten. Irgendjemand muss ja die Miete bezahlt haben. Und das Übrige. Wie alle Portierslogen dieses Stadtteils hatte auch diese etwas Gutbürgerliches. Die Concierge, die höchstens 40 Jahre alt sein konnte, war gut und sogar mit einem gewissen Schick gekleidet. Kannten Sie Louise Fillon gut? Sie hat sich nie lange bei mir aufgehalten und immer nur durch den Türspalt nach ihrer Post gefragt. Sagen Sie, Madame... Cornet. Sagen Sie, Madame Cornet, der Mann, der Sie besuchte, war es eigentlich immer derselbe? Ich habe immer nur den einen hinaufgehen sehen. Ein Musiker. Woher wissen Sie das? Weil ich ihn ein paar Mal mit einem Saxophonkasten gesehen habe. War er gestern Abend hier? Ja, gegen 10 Uhr. Er ist nur etwa 10 Minuten oben geblieben und als er wegging, schien er es eilig zu haben. Sah er erregt aus? Nein. Hat Sie gestern Abend noch anderen Besuch empfangen? Nein. Glauben Sie, dass der Musiker Ihr Geliebter war? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie damit? Nichts. Ich dachte an die Miete. Ich verstehe. Also nicht einer von den Musikern, die ihrer kleinen Freundin eine solche Wohnung bieten können. Die Putzfrau saß noch immer in der Küche von Louise Fillon. Sie trank jetzt keinen Kaffee mehr, sondern rauchte eine Zigarette. Womit verbrachte Ihre Arbeitgeberin eigentlich Ihre Zeit? Gegen 10 Uhr stand sie auf, oder vielmehr sie erwachte, stand aber nicht gleich auf. Ich brachte ihr dann den Kaffee ans Bett, sie trank ihn, rauchte und las dabei. Was las sie denn? Zeitschriften und Romane, oft hörte sie auch Radio. Telefonierte sie? Gegen elf, fast jeden Tag. Mit Pierrot? Ja. Haben Sie eine Ahnung, was sie nachmittags tat? Nach den schmutzigen Schuhen zu schließen, muss sie wohl ausgegangen sein. Aß sie abends zu Hause? Es war nur selten schmutziges Geschirr da. Glauben Sie, dass sie sich mit Pierrot trafen? Mit ihm oder mit einem anderen. Sind Sie sicher, dass Sie ihn nie gesehen haben? Ganz sicher. Und einen anderen Mann auch nie? Nein. Hat sie Ihnen erzählt, wo sie herkam? Den größten Teil ihres Lebens, 24 Jahre, hat sie im Chapellviertel zugebracht, auf der Straße sozusagen. Als sie vor zwei Jahren hier einzog, glaubte sie, nun finge das schöne Leben an. Sie war also nicht glücklich? Glauben Sie etwa, dass es lustig für Sie war, in einem Haus wie diesem zu leben, wo die Leute Sie keines Blickes würdigten, wenn Sie ihr auf der Treppe begegneten? Warum ist sie dann hierher gezogen? Sie wird ihre Gründe gehabt haben. Pierrot ist gestern Abend hier gewesen. Ich nehme an, das heißt für Sie, dass er es war, oder? Ich kann Ihnen nur das eine sagen. Die beiden haben sich geliebt. Sie träumten davon, zu heiraten. Und warum taten Sie es nicht? Vielleicht, weil Sie kein Geld hatten. Vielleicht auch, weil der andere Sie nicht freigab. Welcher andere? Sie wissen, dass ich den meine, der zahlte. Maigret schickte Inspektor Janvier ins Chapellviertel. Der Wirt des Chez Léon wusste nur, dass Pierrot jeden Morgen um dreiviertel elf seinen Kaffee bei ihm trank und um elf Uhr angerufen wurde. Heute Morgen aber sei der Anruf ausgeblieben. Im Hotel Duvar erfuhr Janvier, dass Pierrot seit über einem Jahr dort wohnte und in Wirklichkeit Pierre Herot hieß, 29 Jahre alt und in Paris geboren war. Er bekomme Damenbesuch von einer, so die alte Frau, im Büro des Hotels, die sich lange genug selbst in der Gegend herumgetrieben habe. Sie heiße Louise. Jetzt trage sie Pelzmäntel und komme immer im Taxi daher. In einem Taxifahrerlokal fand Janvier heraus, dass Pierrot um Viertel nach zwölf noch da gewesen war. Dann war ein Zeitungsverkäufer vorbeigekommen und nachdem Pierrot einen Blick auf die Titelseite geworfen hatte, war er aufgesprungen und hinausgestürzt. Im Groslo, der kleinen Tanzbar, in der Pierrot arbeitete, waren die Wirtsleute betroffen, als Janvier ihnen sagte, dass Louise tot sei. Früher sei sie fast jeden Abend da gewesen. Das sei allerdings zwei Jahre her. Die Wirtsleute gaben an, dass Pierrot am Vorabend gespielt habe und um zwanzig nach neun von Louise angerufen worden sei. Er habe schnell zu ihr gemusst. Um kurz vor elf sei er zurückgekommen. Er habe bis ein Uhr morgens gespielt. Als dann Schluss gewesen sei, habe er wie immer noch ein Glas getrunken. Wenn er gewusst hätte, dass Louise tot sei, hätte er das nicht fertiggebracht. Er sei verrückt nach ihr gewesen, so die Wirtsleute. Dann erzählten sie Janvier noch, dass Louise vor zwei Jahren schwer krank gewesen sei. Es habe keine Hoffnung mehr bestanden. Eine Gehirnsache. Dann hätten sie sie operiert und ein paar Wochen später sei sie wiederhergestellt gewesen. Danach sei sie nicht mehr ins Viertel zurückgekommen. Zuerst habe sie eine Wohnung in der Rue Lafayette gehabt, dann in der Avenue Carnot. Das war alles, was Janvier in Erfahrung gebracht hatte, als er gegen drei Uhr in das Polizeipräsidium am Quai des Orfevres zurückkehrte. Maigret saß in seinem Büro in Hemdsärmeln, weil der Raum überheizt war. Die Luft war blau von Pfeifenrauch. Er versuchte Ordnung in seine Gedanken zu bringen. Irgendwo muss es einen Mann geben, der Louise die Wohnung in der Avenue Carnot eingerichtet hat. Wenn die Concierge nicht gelogen hat, so empfing Louise außer Pierrot keine anderen Besucher. Die Männerpantoffeln und der Schlafrock aus dem Wandschrank gehören bestimmt nicht dem Saxophonspieler. Auf jeden Fall hat noch ein anderer Mann als Pierrot Louise Fillon regelmäßig besucht. Wenn ihn die Concierge nie gesehen hat, dann wohnt er vielleicht im Hause selbst. Die Liste der Mieter wohnt genau ueber ihr. Professor Gouin, einer der groessten Spezialisten fuer Gehirnoperationen. Die Concierge saß in ihrer Loge an einem runden Tisch und war damit beschäftigt, Bettlaken auszubessern. Ich habe das Gefühl, Madame Cornet, dass sie den Mann kennen, der Louise Fillon hier einquartiert hat. Ich werde den Verwalter aufsuchen. Er kann mir bestimmt mehr darüber erzählen. Ich glaube, ich werde auch in den vierten Stock hinaufgehen. In den vierten Stock? Dort wohnt doch Professor Gouin mit seiner Frau, nicht wahr? Ja. Ich kann Sie auf jeden Fall fragen, ob Sie gestern Abend nichts gehört haben. Die Gouins waren doch hier. Madame Gouin war zu Hause. Den ganzen Tag? Ja. Und der Professor? Ist gegen acht weggefahren. Wann ist er nach Hause gekommen? Ungefähr um viertel nach elf. Geht der Professor oft abends weg? Ziemlich selten. Ist er im Augenblick oben? Nein. Er kommt fast nie vor dem Abendessen nach Hause. Dann werde ich seiner Frau ein paar Fragen stellen. Monsieur Maigret. Es ist Professor Gouin, der Louise Fillon hier einquartiert hat. Warum haben Sie mir das nicht gesagt? Weil Sie mich nicht danach gefragt haben. Ich habe Sie gefragt, ob Sie den Mann kennen. Nein. Sie haben mich gefragt, ob ich außer dem Musiker noch jemanden habe hinaufgehen sehen. Hat Sie der Professor gebeten, es zu verschweigen? Nein. Das ist ihm egal. Woher wollen Sie das wissen? Weil er keinen Hehl daraus machte. Warum haben Sie mir dann nicht gesagt? Ich dachte, es hat keinen Sinn, ihn da hineinzuziehen. Was für ein Mann ist er eigentlich? Sie kennen ihn nicht? Er muss an die 60 sein, ne? Er ist 62, sieht aber jünger aus. Bei einem Mann seines Schlages spielt das Alter übrigens keine Rolle. Wissen Sie, ob er Louise Fillon gestern noch gesehen hat, bevor er wegfuhr? Ich habe Ihnen schon gesagt, dass es erst 8 Uhr war und dass der junge Mann später gekommen ist. Und nach seiner Rückkehr? Bestimmt nicht. Sie verteidigen ihn mit viel Wärme, Madame Connet. Madame Gouin betrat den Salon von Louise Fillon ganz ungezwungen, so wie sie es beim Betreten jeder anderen Wohnung getan hätte. Ohne sich im Zimmer umzusehen, richtete sie ihren Blick sofort auf den Kommissar. Sie war groß, ziemlich kräftig, aber nicht korpulent. Gouin war 62, sie aber konnte höchstens 45 sein. Älter sah sie jedenfalls nicht aus. Sie setzte sich in einen Lehnstuhl. Maigret stand mit dem Rücken an den Kamin gelehnt, in dem nur unechte Holzscheiter lagen. Nachdem, was ich bis jetzt über Sie gehört habe, Monsieur Maigret, sind Sie ein Mensch, der vieles versteht. Und gerade weil die anderen es nicht verstehen würden, möchte ich nicht, dass sich diese Geschichte herumspricht. Die ärztliche Tätigkeit meines Mannes ist zu wertvoll für den Menschen, als dass sie durch unnötige Sorgen beeinträchtigt werden dürfte. Darf ich versuchen, Ihnen eine Vorstellung von seinem Charakter zu geben? Ich bitte darum. Obwohl ich seine Frau bin, glaube ich, sagen zu dürfen, dass er ein Genie ist. Die Leute haben genialen Menschen gegenüber im Allgemeinen eine merkwürdige Einstellung. Sie geben gern zu, dass sie anders sind als die anderen, was ihre Intelligenz und ihre berufliche Tätigkeit betrifft, aber sie sind schockiert, wenn ein genialer Mensch auch auf anderen Gebieten eine Ausnahmeerscheinung ist. Etienne hat sich nie etwas aus den sogenannten kleinen Freuden des Daseins gemacht. Er hat so gut wie keine Freunde. Soweit ich mich erinnere, hat er auch nie Urlaub gemacht. Er kann sich nur auf eine einzige Art entspannen. Mit Frauen. Er ist nicht der Mann, der einer Frau den Hof macht. Was er von ihnen verlangt, ist eine brutale Entspannung. Ich glaube nicht, dass er jemals verliebt gewesen ist. Auch in Sie nicht? Das habe ich mich schon oft gefragt in den 22 Jahren, die wir verheiratet sind. Haben Sie in seiner Abteilung gearbeitet? Ja. Er hat mich monatelang kaum beachtet. Ich wusste natürlich, wie alle im Krankenhaus, dass die meisten Schwestern einmal daran glauben mussten. Eines Nachts, als ich gerade Dienst hatte, hat er mich genommen, ohne ein Wort. Liebten Sie ihn? Ich glaube, ja. Jedenfalls bewunderte ich ihn. Als er mich einige Tage später einlud, mit ihm Mittag zu essen, war ich ganz überrascht. Er gewöhnte sich an mich. Eines Tages fragte er mich, ob ich ihn heiraten wollte. Das ist alles. Ich bin hierher gezogen und habe ihm den Haushalt geführt. Er schlief nach wie vor mit den Krankenschwestern, mit seinen jeweiligen Operationsschwestern, kurz mit allen Frauen, die ihm in die Hände fielen. Er ließ sich auf keine Abenteuer ein, die ihm die Zeit raubten, die er seinem Beruf schuldig zu sein glaubte. Und Louise Fillon? Haben Sie ihm vorgeschlagen, sie hier im Haus einzuquartieren? Damit Sie mich verstehen, muss ich Ihnen noch andere Einzelheiten schildern. Früher fuhr Etienne seinen Wagen selbst, aber vor vier Jahren hatte er einen kleinen Unfall. Er fuhr eine Fußgängerin an. Das war ein Schock für ihn. Seitdem holt ihn jeden Morgen ein Taxi ab und macht mit ihm seine täglichen Fahrten in Paris, wenn er da obendrein auch in die Rue Lafayette fahren müsste. Der Zufall wollte es, dass hier im Haus gerade eine Wohnung frei wurde. Er nahm also Ihren Vorschlag an. Und Louise Fillon? Sie scheint sich eine Zeit lang gesträubt zu haben. Und was empfand Ihrer Meinung nach Louise für den Professor? Ich kenne kaum eine Frau, die ihm widerstanden hätte. Mit diesem Mädchen war es wie mit allen anderen. Außerdem hat er ihr das Leben gerettet und sie so behandelt, wie sie es vorher bestimmt nicht gewohnt war. Aber, um aufrichtig zu sein, ich bin davon überzeugt, dass auch das Geld eine Rolle gespielt hat. Hing Ihr Mann sehr an dem Mädchen? Sie war sozusagen sein Geschöpf. Denn ohne ihn wäre sie ja nicht mehr am Leben gewesen. Erzählen Sie mir von gestern Abend. Er war nach dem Abendessen ein paar Minuten bei ihr. Und woraus schließen Sie, dass er nur ein paar Minuten bei ihr blieb? Weil ich gehört habe, wie er ihre Wohnung verließ und den Fahrstuhl heraufholte. Sie haben ihm also nachspioniert? Ja, ich habe ihm nachspioniert, wie gewöhnlich. Wie soll ich Ihnen das erklären? Ich tue es, weil ich es für meine Pflicht halte, ihn zu beschützen. Wie spät war es? Ungefähr acht Uhr. Wir hatten in aller Eile gegessen, weil er wieder ins Krankenhaus musste. Er ist also nur ein paar Minuten in der Wohnung von Louise geblieben und dann mit dem Fahrstuhl hinuntergefahren. Ja. Mademoiselle Dekot, seine Assistentin, wartete unten auf ihn. Sie wohnt unweit von hier. Sie fahren immer zusammen ins Krankenhaus. Auch Sie? Auch Sie. Gelegentlich. Um halb zwölf, vielleicht etwas früher, kam Etienne zurück. Ging Ihr Mann dann noch hinunter? Nein, er war müde. Und im Laufe des Abends ist also nichts Ungewöhnliches passiert? Sie haben kein Geräusch gehört? In diesen alten Häusern hört man nichts von einer Wohnung zur anderen und schon gar nicht von einem Stockwerk zum anderen. Sie müssen mich entschuldigen, aber ich muss jetzt hinauf. Etienne kann jeden Augenblick zurückkommen. Glauben Sie, dass Sie darauf verzichten können, ihn zu verhören? Im Augenblick halte ich es nicht für unbedingt nötig. Im Augenblick halte ich es nicht für unbedingt nötig. Im Augenblick halte ich es nicht für unbedingt nötig. Am Quai des Orfèvres war die Polizeimaschinerie in Gang gesetzt worden. Auf den Bahnhöfen wurden die Reisenden, deren Äußeres mit der Personenbeschreibung Pierros übereinstimmte, untersucht. Im Chapellviertel durchkämmte die Polizei Hotels und Pensionen und stand vor dem Hotel Duvar auf Posten. Maigret rief den Gerichtsarzt an. Der Schuss sei aus nächster Nähe abgefeuert worden. Louise Fillon sei auf der Stelle tot gewesen, schätzungsweise zwischen neun Uhr und Mitternacht. »Ich würde aber eher elf Uhr als Mitternacht annehmen«, sagte der Gerichtsarzt zu Maigret. »Und ich habe noch etwas entdeckt, das Sie vielleicht überraschen wird. Wissen Sie, dass das Mädchen schwanger war?« Es überraschte Maigret allerdings. Er fragte den Gerichtsarzt, wie lange schon. »Etwa sechs Wochen«, meinte der. »Sie habe es wahrscheinlich nicht gewusst. Und wenn, dann erst seit kurzer Zeit.« Sechs Wochen. Also musste sie seit einigen Tagen etwas geahnt haben. Maigret war davon überzeugt. Ihre Schwangerschaft war der Schlüssel zur ganzen Tragödie. »Sind Sie's, Chef?« fragte am nächsten Morgen Jean-Vier am Telefon. Seine Stimme klang erregt. Jean-Vier hatte die Nacht auf dem Sofa in Louis' Wohnung verbracht. Er erzählte Maigret, was vor zehn Minuten dort passiert war. Er war gerade in der Küche gewesen und hatte eine Tasse Kaffee getrunken. Zuerst hörte er ein leises Geräusch, wie einen Schlüssel, der sich im Schloss dreht. Er verhielt sich still, stellte sich aber so hin, dass er in den Salon hineinschauen konnte. Jemand kam herein, ging durch die Diele. Es war der Professor, übrigens größer und dünner, als Jean-Vier ihn sich vorgestellt hatte. Er trug einen langen, dunklen Überzieher und einen Wollschal um den Hals, hatte den Hut auf und hielt Handschuhe in der Hand. Er machte ein paar Schritte, langsam, wie jemand, der nach Hause kommt. Einen Augenblick fragte Jean-Vier sich, was der Professor denn so anstarre, und dann merkte er, dass es seine Schuhe waren. Jean-Vier hatte sie auf dem Teppich stehen gelassen. Der Professor drehte sich um, erblickte ihn und runzelte die Brauen, nur ganz leicht. Und dann stellte er Jean-Vier ganz gelassen die Frage, sind sie von der Polizei? Jean-Vier war so überrascht von seinem Verhalten, von seiner ganzen Erscheinung, dass er nur nicken konnte. Eine Zeit lang hatten sich der Professor und Jean-Vier wortlos gegenübergestanden. Der Professor hatte unentwegt auf Jean-Viers Füße gestarrt. Schließlich brachte Jean-Vier die Frage heraus, »Was wollen Sie hier, Professor?« Der Professor gebe einem das Gefühl, so Jean-Vier zu Maigret, dass man selber gar nicht da sei. Sogar wenn er einem in die Augen sehe, schenke er einem kaum mehr Beachtung als irgendeine Blume auf der Tapete. »Ich wollte nur einen Blick hineinwerfen, weiter nichts«, murmelte der Professor. Er warf dann auch wirklich noch einen Blick auf das Sofa, auf dem noch die Decke und das Kissen lagen, die Jean-Vier benutzt hatte. Dann sog er den Kaffeegeruch ein. Und mit der gleichen unbeteiligten Stimme fügte er hinzu, »Es wundert mich, dass Ihr Chef nicht so neugierig war, mich sprechen zu wollen. Sie können ihm ausrichten, junger Mann, dass ich ihm zur Verfügung stehe.« Er hat sich noch einmal im ganzen Raum umgesehen. Dann hat er sich umgedreht und beim Hinausgehen die Tür hinter sich geschlossen, endete Jean-Vier. Die Putzfrau stand barfuß im Unterkleid in ihrer Küche und wusch in einem verzinkten Eisenbottich ihre Wäsche. Unaufgefordert hatte Maigret sich auf einen Stuhl gesetzt, dessen geflochtener Sitz leise knarrte. »Hat Ihre Arbeitgeberin jemals von Professor Guant gesprochen?« »Kann schon sein.« »Und was sagte sie über ihn?« »Wenn ich das noch wüsste.« »Bekam Louise viel Geld von Guant.« »So oft sie welches von ihm verlangte.« »Und tat sie das oft?« »Sobald sie keins mehr hatte.« »Was wollen Sie eigentlich von mir?« »Wussten Sie, dass Louise schwanger war?« »Wer hat Ihnen das gesagt?« »Wann hat sie mit Ihnen darüber gesprochen?« »Etwa drei Tage, bevor man ihr eine Kugel durch den Kopf gejagt hat.« »War sie sicher?« »Sie hat mich nach einem Arzt gefragt und ich habe ihr die Adresse von einem hier in der Nähe gegeben.« »Wissen Sie, ob sie hingegangen ist?« »Wenn, so hat sie mir nichts davon erzählt.« »Hätte sie das Kind behalten?« »Bestimmt.« »Wäre sie beim Professor geblieben?« »Wenn sie nicht zu Pierrot gegangen wäre.« Der Arzt wusste gleich Bescheid, als Maigret sich vorstellte. Er sei sicher gewesen, dass Maigret früher oder später zu ihm gekommen wäre. Louise Fillon sei vorgestern am Montag um halb sechs bei ihm gewesen. Sie habe gedacht, dass sie schwanger sei und sich Gewissheit verschaffen wollen. Als er ihr gesagt habe, dass an ihrer Schwangerschaft kein Zweifel bestehe, habe sie sich bedankt. Er habe ihr nochmals bestätigen müssen, dass es absolut sicher sei. Auf Maigrets Frage, ob sie glücklich darüber gewesen sei, sagte der Arzt, »Ich könnte schwören, dass sie es war.« Als Maigret sein Büro betrat, standen belegte Brote und Bier auf einem Tablett bereit. Er trank ein Bier und verbrachte eine Viertelstunde damit, von seinem Fenster aus auf die Lastkähne hinunterzusehen, die über die graue Wasserfläche der Seine glitten. Endlich hörte er Schritte und ging zur Tür. Pierrot war bleich und hatte tiefe Ringe unter den Augen. Er war sichtlich erregt. Er sah sich zuerst im Zimmer um, als wittere er einen Hinterhalt. Maigret hielt ihm ein Bier hin und nahm selbst eins. »Sie haben versprochen...« »Und ich werde mein Wort halten.« »Ich bin aus freien Stücken hergekommen.« »Sie haben richtig gehandelt.« »Ich schwöre Ihnen, dass ich Sie nicht umgebracht habe.« »Lebte Louise noch, als Sie Montagabend in die Avenue Cano gingen?« »Natürlich.« »Als Sie sie im Grillot anrief.« »Hatten Sie da schon eine Ahnung, was sie Ihnen mitzuteilen hatte?« »Nicht die geringste. Sie war außer sich und wollte mich dringend sprechen. Ich dachte, sie hätte einen Entschluss gefasst. Ich habe Angst bekommen.« »Angst? Wovor?« »Ich hatte Angst wegen des Alten.« »Damit meinen Sie den Professor, nehme ich an.« »Ja. Ich dachte immer, er würde sich eines Tages scheiden lassen und Louise heiraten.« »Liebte Sie sie?« »Ich glaube, ja.« »Sie sind nicht ganz sicher?« »Frauen sind wahrscheinlich anders als Männer.« »Was wollen Sie damit sagen?« »Sie war ein armes Mädchen.« »Wohin setzte sie sich, als sie hereinkam?« »Sie ging dauernd auf und ab, und schließlich sagte sie, ohne mich anzusehen, »Ich habe eine große Neuigkeit für dich. Ich bin schwanger.« »Schien ihr das angenehm zu sein?« »Weder angenehm noch unangenehm.« »Dachten Sie, dass das Kind von Ihnen sei?« »Was haben Sie dazu gesagt?« »Nichts. Mir war ganz komisch zumute. Ich wollte sie in die Arme nehmen.« »Aber Sie ließ es nicht zu?« »Nein. Sie ging weiter auf und ab und sprach zu sich selbst. Ungefähr so. Ich frage mich, was ich jetzt tun soll. Das ändert alles. Wenn ich es ihm sage.« »Sie war nicht sicher, wie Guerin es aufnehmen würde.« »Was hatten Sie denn erwartet, was sie Ihnen mitzuteilen hatte?« »Dass sie mir um den Hals fallen und mir sagen würde, sie hätte sich endlich entschlossen, mit mir zu gehen.« »Als sie damals aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hat sie behauptet, sie sei zu dem, was sie tat, gezwungen, aus Dankbarkeit.« »Sie glaubte also, Guerin etwas schuldig zu sein?« »Er hat ihr das Leben gerettet.« »Ich glaube, er hat keinem einzigen seiner Patienten so viel Zeit geopfert wie ihr.« »Glauben Sie, dass er in Sie verliebt war?« »Auf jeden Fall hing er an ihr.« »Und Sie, Pierrot?« »Ich... ich liebte Sie.« »Antworten Sie mir ehrlich auf eine Frage, Pierrot. Wenn sie Ihnen am Montagabend gesagt hätte, sie wolle sie nicht mehr sehen, hätten Sie sie umgebracht?« »Sie wollen also, dass ich meinen Hals selbst in die Schlinge lege?« »Sie brauchen nicht zu antworten, wenn Sie nicht wollen.« »Vielleicht hätte ich sie umgebracht. Aber erstens hat sie mir nichts dergleichen gesagt, und zweitens habe ich keinen Revolver. Es gibt Dinge, die einem durch den Kopf gehen, ohne dass man sie je in die Tat umsetzt.« »Es kam also vor, dass Sie daran dachten, Louise umzubringen.« »Ja.« »Soviel ich weiß, waren Sie schon vor Gouin mit ihr liiert und hatten nichts dagegen, dass Sie auf den Strich gingen, oder? Irre ich mich?« »Das ist etwas anderes.« »Was hätten Sie getan, wenn Sie Gouin verlassen hätte?« »Wir hätten zusammen gelebt.« »Wie früher?« »Nein.« »Warum nicht?« »Weil ich das immer gehasst habe.« »Wovon hätten Sie gelebt?« »Von dem, was ich verdiene.« »Das scheint recht wenig zu sein.« »Das stimmt. Aber ich wollte nicht in Paris bleiben.« »Wohin wollten Sie?« »Irgendwohin. Nach Südamerika, nach Kanada.« »Aber Louise war von diesem Plan nicht begeistert.« »Manchmal schon. Ein paar Mal hat sie mir sogar versprochen, dass wir bald fahren würden.« »Ich nehme an, dass sie vor allem abends so redete. Und morgens sah sie das Ganze dann mit nüchterneren Augen, nicht wahr?« »Sie hatte Angst.« »Wovor?« »Vor dem Hunger.« »Glauben Sie nicht, dass Sie gerade dieser Angst wegen beim Professor blieb?« »Vielleicht.« »Besaß Louise ein Revolver?« »Nein.« »Sie sagten vorhin, sie hätte Angst gehabt.« »Ja, vor dem Leben, vor dem Elend. Aber nicht vor den Menschen. Was hätte Sie mit einem Revolver anfangen sollen?« »Wo Sie seit gestern Nachmittag waren, frage ich Sie nicht.« »Ich würde es Ihnen auch nicht beantworten. Bin ich jetzt frei?« »Völlig frei.« Bevor Mademoiselle Decaux die Assistentin von Professor Gouin-Mégret öffnete, hörte er sie hinter der geschlossenen Tür in ein anderes Zimmer gehen, und es dauerte ein paar Sekunden, ehe sie zurückkam. Als sich der Türflügel öffnete und er sie in Morgenrock und Pantoffeln vor sich stehen sah, verstand Maigret die Verzögerung. Die Wohnung von Lucille Decaux war äußerst sauber gehalten. Mademoiselle Decaux führte Maigret in einen Salon, in dem es außer einem Divan Regale voller Bücher, einen Plattenspieler und stapelweise Schallplatten gab. Über dem Kamin, in dem die junge Frau schon ein paar Holzscheiter angezündet hatte, hing eine gerahmte Fotografie von Etienne Gouin. Sie deutete auf ein Fauteuil, setzte sich auf den Rand des Divans und zog den Morgenrock über ihre nackten Beine. »Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind?« »36.« »Wenn ich nicht irre, haben Sie am Montagabend, kurz vor acht, Ihren Schiff in der Avenue Cano abgeholt. Sie müssen ein paar Minuten nach acht im Krankenhaus gewesen sein. Was geschah dann?« »Wir gingen sofort zu dem Patienten. Der diensthabende Assistenzarzt begleitete uns.« »Haben Sie den ganzen Abend bei dem Patienten verbracht?« »Nein, der Professor ist etwa eine Stunde bei ihm geblieben und hat auf bestimmte Reaktionen gewartet, die aber nicht eingetreten sind. Ich habe ihm gesagt, es sei besser, wenn er sich ausruhe. Kurz vor neun ging er in den vierten Stock hinauf.« »Sind Sie nicht mit ihm hinaufgegangen?« »Ich blieb bei dem Patienten.« »Wann kam der Professor herunter?« »Ich ging gegen elf hinauf, um ihm zu melden, dass das, worauf er gewartet hatte, eingetreten war.« »Sie sind also zwischen neun und elf Uhr die ganze Zeit über am Bett des Patienten gewesen, so dass Ihr Chef die Möglichkeit gehabt hätte, die Treppe hinunterzugehen und das Krankenhaus zu verlassen, ohne dass Sie es wussten.« »Das ist ausgeschlossen. Denn um Viertel nach zehn bin ich oben gewesen, um mich zu vergewissern, dass er nichts brauchte.« »Sie lügen.« »Warum sagen Sie das?« »Weil ich spüre, dass Sie lügen.« »Hören Sie zu, Mademoiselle de Co., ich kann auch heute Abend mit Leichtigkeit jeden einzelnen Ihrer Schritte im Krankenhaus rekonstruieren.« »Sie sind nicht vor elf Uhr hinaufgegangen.« »Der Professor hat das Krankenhaus nicht verlassen.« »Woher wissen Sie das?« »Weil ich ihn besser kenne als irgendjemand sonst.« »Stimmt es, dass zwischen Ihnen und dem Professor außer den Beruflichen auch noch andere, intimere Beziehungen bestanden?« »Wir haben eine intime Beziehung, ja. Und zwar unsere Zusammenarbeit. Alles Übrige ist unwichtig.« »Das heißt also, dass Sie sich nicht lieben?« »Bestimmt nicht in dem Sinn, in dem Sie es verstehen.« »Es gibt keinen Menschen auf der Welt, den ich so bewundere wie Professor Guang.« »Ich bemühe mich nach Kräften, ihm behilflich zu sein. Zehn, zwölf Stunden am Tag, oft noch mehr weiche ich nicht von seiner Seite.« »Manchmal merkt er es gar nicht so. Selbstverständlich ist es für uns beide geworden.« »Vor langer Zeit, ganz am Anfang, ist auch das geschehen, was normalerweise geschieht, wenn ein Mann und eine Frau dauernd zusammen sind.« »Er hat es nicht wichtig genommen.« »Und Sie? Haben Sie es auch nicht wichtig genommen?« »Nicht im Geringsten.« »Sie haben ihm Ihr ganzes Leben geopfert?« »Ja.« »Sie sagten mir, dass es am Anfang zwischen Ihnen gewisse Dinge gegeben hätte. Heißt das, dass es Sie jetzt nicht mehr gibt?« »Gelegentlich kommt es noch vor.« »Wie stehen Sie mit seiner Frau?« »Weder gut noch schlecht.« »Gilt das für beide Teile?« »Nehmen wir an, dass ich in Madame Goins Augen dasselbe bin wie ihre Dienstboten. Sie versucht, sich zweifellos selbst davon zu überzeugen, dass sie Frau Professor ist.« »Warum hat Ihr Chef Sie geheiratet?« »Um nicht allein zu sein, nehme ich an.« »Versteht er sich gut mit ihr?« »Er ist nicht der Mann, der mit jemandem streiten würde. Außerdem besitzt er die außergewöhnliche Fähigkeit, die Leute zu ignorieren.« »Ignoriert er auch seine Frau?« »Sie essen manchmal zusammen.« »Ist das alles?« »So viel ich weiß, ja.« »Warum, glauben Sie, hat Sie ihn geheiratet?« »Der Professor gilt als reicher Mann.« »Ihrer Ansicht nach ist er, also alles in allem, in seiner Ehe nicht glücklich?« »Das trifft es nicht ganz. Vielmehr kann ihn seine Frau nicht unglücklich machen.« »Und Louise?« »Louise ebenso wenig, davon bin ich überzeugt.« »Wie erklären Sie es dann, dass er über zwei Jahre lang...« »Warum stellen Sie diese Frage nicht dem Professor selbst?« »Aber er hätte sich nicht scheiden lassen, um Louise zu heiraten.« »Er hätte sich nie durch eine Scheidung das Leben kompliziert.« »Auch nicht, um Sie zu heiraten?« »Daran hat er nie gedacht.« »Und Sie?« »Ich auch nicht. Ich hätte dabei nur verloren. Sehen Sie, eigentlich bin ich es, die am besten abgeschnitten hat. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Er unternimmt nichts ohne mich. Weshalb haben Sie mich eigentlich aufgesucht, Herr Kommissar?« »Vielleicht, um den Professor nicht unnötig zu stören. Zeitlich gesehen hat Guerin die Möglichkeit gehabt, den Mord zu begehen.« »Sie kennen ihn eben nicht. Sonst würden Sie auch nicht im Entferntesten daran denken, dass er jemanden töten könnte.« »Doch.« »Was wollen Sie damit sagen?« »Sie müssen zugeben, dass seine Arbeit das Einzige ist, was in seinen Augen einen Wert besetzt. Wenn Louise aus irgendeinem Grund seine Tätigkeit gefährdete...« »Wodurch. Hätte Sie seine Tätigkeit gefährden können.« »Wussten Sie, dass sie schwanger war?« »Änderte das etwas an der Situation?« »Sie wussten es also.« »Er hat es mir selbst gesagt.« »Wann?« »Letzten Samstag.« »Sind Sie sicher, dass es Samstag war?« »Ganz sicher.« »Was für eine Miene machte er dabei?« »Gar keine. Sehen Sie, es gibt vieles, das für die anderen wichtig für ihn, aber ohne jeden Belang ist.« »Es wundert mich nur, dass er es Ihnen schon am Samstag gesagt hat, wo es doch Louise selbst erst am Montagabend gegen sechs erfahren hat.« »Sie vergessen, dass er Arzt ist. Und dass er mit ihr schlief.« »Angenommen, Louise Fillon hätte es sich in den Kopf gesetzt, sich von ihm heiraten zu lassen.« »Und selbst in diesem Fall hätte er Sie nicht getötet. Sie sind auf der falschen Fährte, Herr Kommissar.« »Ich will nicht behaupten, dass Sie den wahren Schuldigen auf freien Fuß gesetzt haben. Ich sehe nämlich auch nicht, weshalb dieser Pierrot das Mädchen umgebracht haben sollte.« »Sie haben also Ihre eigene Meinung?« »Ich versuche gar nicht mehr, eine Meinung zu bilden.« »Denken Sie an seine Frau?« »Ich denke an niemanden.« »Haben Sie sie im Verdacht, Mademoiselle de Co.?« »Ich denke nur, dass Sie keine Bedenken haben, sich danach zu erkundigen, was mein Chef am Montagabend getan hat.« »Da Sie aber das Tun und Treiben seiner Frau an jenem Abend nicht sonderlich zu interessieren scheint.« »Hat der Professor mit Ihnen über den Mord gesprochen?« »Am Dienstagnachmittag, sagte er mir. Die Polizei werde ihn bestimmt anrufen und sprechen wollen.« »Hat ihn der Tod von Louise berührt?« »Wenn es ihm nahe gegangen ist. So hat er sich jedenfalls nichts anmerken lassen. Er ist wie immer.« »Megret ließ sich in die Avenue Carnot fahren.« Früher oder später musste er sich zu einer Begegnung mit Gouin entschließen. Warum verschob er es immer wieder? Es war, als kreiste er ständig um ihn herum und wagte sich nicht an ihn heran, als flößte ihm die Persönlichkeit des Professors eine Art Scheu ein. Dabei war es nicht Gouins gesellschaftliche Stellung, die ihn beeindruckte, und auch nicht der Ruhm, den er in der ganzen Welt genoss. Megret hatte den Eindruck, dass zwischen ihm und Louise Geliebtem eine gewisse Ähnlichkeit bestand. Es kam ihm so vor, als hätten sie beide die ungefähr gleichen Ansichten über die Menschen und das Leben. Aber doch nicht ganz die gleichen und vor allem nicht die gleichen Reaktionen. Sie waren eher Gegensätze, aber gleichwertige Gegensätze. Er hatte sein Möglichstes getan, um sich vorzubereiten. Er musste sich selbst daran erinnern, dass er sich in seiner Eigenschaft als Kommissar der Kriminalpolizei in die Avenue Carnot begab und nicht als Mensch, der sich für einen anderen Menschen interessierte. Es war 20 vor 9, als Megret den Messinggriff der elektrischen Klingel bei den Gouins zog. Er hörte Schritte näher kommen, und ein ziemlich junges, recht hübsches Dienstmädchen in schwarzem Kleid und schmuckem Schürzchen öffnete ihm die Tür. Das Mädchen hängte Megrets Mantel in den Schrank und verschwand. Dann kam Gouin. Er wirkte noch größer, noch magerer, als Megret ihn sich vorgestellt hatte. Er ging ihm durch einen Korridor voran, der in die Bibliothek führte. Die Wände des Raumes waren fast ganz mit gebundenen Büchern bedeckt. Sanftes Licht erhellte den Raum, und im Kamin brannten Holzscheite. Gouin deutete auf ein paar Fauteuils und nahm selbst Platz. In diesem Augenblick begegneten sich ihre Blicke zum ersten Mal, und Megret las in den Augen des Professors etwas wie einen Vorwurf. Vielleicht, aber dessen war er sich nicht ganz sicher, sprach auch Enttäuschung daraus. Das war schon deshalb schwer zu sagen, weil Gouin äußerlich eher banal wirkte. Die Augen waren klein, hell und ohne besonderen Glanz. Dennoch hatte sein Blick etwas ungemein Durchdringendes. Jetzt, da dieser Blick auf ihn ruhte, hätte Megret schwören können, dass Gouin auf ihn ebenso neugierig war, wie er auf Gouin. Fand auch Gouin Megret banaler, als er ihn sich vorgestellt hatte? Fand auch Gouin Megret banaler, als er sich vorgestellt hat. Glauben Sie nicht, Monsieur Megret, dass es vernünftiger gewesen wäre, wenn Sie sich direkt an mich gewandt hätten, statt meine arme Assistentin zu belästigen? Sie meinen Mademoiselle de Coe. Sie schien mir nicht im Geringsten verlegen zu sein. Ich nehme an, dass Sie sie gleich danach angerufen und Ihnen alles getreulich mitgeteilt hat. Sie hat mir alle Fragen und Antworten wiederholt. Sie hielt das für wichtig. Frauen haben fortwährend das Bedürfnis, sich von ihrer eigenen Wichtigkeit zu überzeugen. Lucille de Coe ist Ihre engste Mitarbeiterin, nicht wahr? Sie ist meine Assistentin. Sie hat Ihnen wohl auch erzählt, dass Sie mich überall hin begleitet. Das gibt ihr die Illusion, in meinem Leben eine wesentliche Rolle zu spielen. Ist sie in Sie verliebt? Sie wäre in jeden Ihrer Vorgesetzen verliebt, vorausgesetzt, dass er berühmt ist. Sie scheint Ihnen äußerst ergeben zu sein, so ergeben, dass sie beispielsweise sogar eine Meineheit ablegen würde, um Ihnen aus der Klemme zu helfen. Das würde Sie ohne Zögern tun. Meine Frau hat sich ja auch schon mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Hat sie es Ihnen selbst erzählt? Genau wie vorhin Lucille hat sie mir sämtliche Einzelheiten Ihrer Unterhaltung wiedergegeben. Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, dass Sie heute wie gerufen kommen. Davon abgesehen hatte ich ohnehin den Wunsch, Sie kennenzulernen. Während ich mit meiner Frau beim Abendessen saß, erhielt ich einen Anruf von Luises Putzfrau. Sie bildet sich ein, ein Mittel zu besitzen, um mich zu erpressen. Sie hat nicht lange darum herumgeredet. Ich habe den Revolver, Miss Iguin, sagte sie. Sie hat mir also mitgeteilt, dass sie am Montagmorgen beim Betreten des Salons den Revolver gefunden hat, der auf dem Tisch lag. Hat sie ausdrücklich gesagt, auf dem Tisch? Ja. Sie sagte noch, sie hätte ihn auf dem Treppenflur versteckt, in einem Keramiktopf, in dem eine Grünpflanze steht. Kurt, der Revolver befindet sich in Ihrem Besitz, und sie ist bereit, ihn mir gegen eine gewisse Summe zurückzuerstatten. Zurückzuerstatten? Es ist meiner. Sie hat ihn mir genau beschrieben, Seriennummer und so weiter. Befindet sich die Waffe schon lange in Ihrem Besitz? Seit acht oder neun Jahren. Ich war nach Belgien gefahren, um dort zu operieren. Damals ging ich öfter auf Reisen als heute. Meine Frau hatte mir immer wieder gesagt, sie fürchte sich, tagelang, manchmal auch wochenlang, allein in der Wohnung zu bleiben. Zufällig waren in dem Hotel, in dem ich abstieg, in einer Vitrine verschiedene Schusswaffen belgischen Fabrikats ausgestellt, und da kam ich auf die Idee. Ich muss noch hinzufügen, dass ich sie nicht verzollt habe. In welchem Zimmer befand sich der Revolver? In einer Schublade meines Schreibtischs. Da habe ich ihn jedenfalls zum letzten Mal gesehen, vor einigen Monaten. Ich habe ihn nie gebraucht. Ich hatte ihn völlig vergessen, bis wohin der Anruf kam. Weiß Ihre Frau davon? Von dem Erpressungsversuch? Ja. Sie hat gehört, was ich am Telefon gesagt habe, weil ich im Esszimmer gesprochen habe. Das Übrige habe ich ihr dann erzählt. Und wie reagierte sie? Sie riet mir nachzugeben. Haben Sie sich nicht gefragt, warum sie das tat? Sehen Sie, Monsieur McRae, ob es nun meine Frau ist oder Lucille de Coe oder irgendeine andere, Sie bilden sich alle ein, dass Sie sich für mich aufopfern, und das verschafft Ihnen ein intensives Gefühl der Befriedigung. Sie helfen mir und schützen mich sozusagen um die Wette. Was glauben Sie, war der Grund, weshalb meine Frau das Bedürfnis empfand, mit Ihnen zu sprechen? Weil sie sich in der Rolle der Frau gefiel, die die Ruhe und die Arbeit ihres Mannes schützt. Trifft das denn nicht zu? Ihre Gattin schien mir ein geradezu seltenes Verständnis für Sie zu bekunden, Herr Professor. Zweifellos macht es ihr nichts aus, wenn ich mit anderen Frauen schlafe. Hat es ihr auch bei Louise Villon nichts ausgemacht? Anfangs bestimmt nicht. Liebten Sie Ihre Frau? Nein. Warum haben Sie Sie dann geheiratet? Um jemanden im Haus zu haben. Die Tage der alten Frau, die sich damals um mich kümmerte, waren gezählt. Ich bin nicht gern allein, Monsieur McRae. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen. Vielleicht umgeben Sie sich auch besonders gern mit Menschen, die Ihnen alles verdanken. In gewisser Weise stimmt das. Wusste Ihre Frau, was Sie erwartete, als Sie sie heiratete? Ganz genau. Und wann begann Sie, unangenehm zu werden? Unangenehm wurde sie nie. Sie haben sie ja gesehen. Sie ist eine perfekte Hausfrau und hält die Wohnung fantastisch in Ordnung. Noch nie hat sie darauf bestanden, dass ich abends mit ihr ausgehe oder Freunde zum Essen einlade. Wenn ich richtig verstehe, verbringt sie Ihre Tage damit, auf Sie zu warten? So ungefähr. Es genügt ihr, meine Frau und eines Tages auch meine Witwe zu sein. Halten Sie sie für berechnend? Sagen wir, dass es ihr nicht unangenehm sein wird, über das Vermögen zu verfügen, das ich ihr hinterlasse. Ich möchte wetten, dass ihr in diesem Augenblick an der Tür horcht. Es wäre ihr bestimmt lieber gewesen, wenn ich sie in ihrem Beisein im Salon empfangen hätte. Ihre Frau behauptet, dass Sie sie erst auf den Gedanken gebracht hat, Louise Fillon hier im Haus einzumieten. Das stimmt. Ich hatte gar nicht daran gedacht. Ich wusste auch gar nicht, dass eine Wohnung frei geworden war. Kam Ihnen das nicht merkwürdig vor? Weshalb? Liebten Sie Louise? Hören Sie, Monsieur McRae, Sie gebrauchen dieses Wort nun schon zum zweiten Mal. Wir Mediziner kennen es nicht. Brauchten Sie sie? Physisch, ja. Muss ich Ihnen das wirklich erklären. Und Pierrot? Waren Sie nicht eifersüchtig auf ihn? Es wäre mir lieber gewesen, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Und was empfand Louise für Sie? Was hätte sie empfinden sollen? Ich denke, Sie kennen Ihre Geschichte. Natürlich sprach sie von Dankbarkeit und Zuneigung. Die Wahrheit ist einfacher. Sie wollte nicht wieder in der Misere leben. Sie wissen ja, wie das ist. Die Menschen, die wirklich Hunger gelitten haben, die im schwärzesten Sinn des Wortes arm gewesen sind und sich auf irgendeine Weise aus diesem Zustand befreit haben, würden alles, aber auch alles tun, um nicht wieder in ihr altes Elend zu geraten. Liebte Sie Pierrot? Wenn Sie unbedingt auf diesem Wort bestehen. Irgendetwas Sentimentales musste es ja wohl in Ihrem Leben geben. Und außerdem musste sie sich Probleme schaffen. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dass Frauen das Bedürfnis haben, sich wichtig zu fühlen. Das ist zweifellos der Grund dafür, warum sie sich das Dasein komplizieren, sich Fragen stellen und sich immer einbilden, eine Wahl treffen zu müssen. Eine Wahl? Wieso? Louise bildete sich ein, die Wahl zwischen mir und dem Musiker zu haben. Hatte sie diese Wahl nicht? Nein. Warum, habe ich Ihnen bereits gesagt. Hat sie nie gedroht, sie zu verlassen? Manchmal behauptete sie, mit diesem Gedanken zu spielen. Fürchteten Sie nicht, dass sie es tun könnte? Nein. Und sie hat auch nicht versucht, sie zu einer Heirat zu überreden? Soweit ging ihr Ehrgeiz nicht. Ich bin überzeugt, dass der Gedanke, Madame Goin zu werden, sie ein wenig erschreckt hätte. Was sie brauchte, war materielle Sicherheit. Eine geheizte Wohnung, drei Mahlzeiten am Tag, anständige Kleider. Was wäre aus ihr geworden, wenn es sie nicht mehr gegeben hätte? Ich hatte eine Lebensversicherung zu ihren Gunsten abgeschlossen. Auch eine zu Gunsten von Mademoiselle de Co.? Nein, das ist unnötig. Wenn ich nicht mehr bin, wird sie sich genauso an meine Nachfolger hängen, wie sie sich an mich gehängt hat. Es wird sich nichts in ihrem Leben verändern. Fühlen Sie sich nicht manchmal einsam in der Welt, so wie Sie sie sehen? Der Mensch ist einsam, wie immer er darüber auch denken mag. Es genügt, das einzusehen und sich damit abzufinden. Ich dachte, die Einsamkeit sei Ihnen ein Gräuel. Damit meinte ich eine andere Einsamkeit. Sagen wir, wenn Sie das vorziehen, dass ich mich vor dem Alleinsein fürchte. Ich bin nicht gern allein in einer Wohnung, auf der Straße oder im Wagen. Es handelt sich um eine physische Einsamkeit, nicht um eine seelische. Wie haben Sie reagiert, als Sie merkten, dass Louise schwanger war? Ich habe überhaupt nicht reagiert. Hat sie es Ihnen nicht gesagt? Nein. Ich nehme an, dass sie es noch nicht wusste. Sie erfuhr es am Montag gegen sechs Uhr. Sie sind danach bei ihr gewesen. Hat sie Ihnen nichts davon gesagt? Sie sagte nur, dass sie sich nicht gut fühle und sich hinlegen wolle. Dachten Sie, das Kind sei von Ihnen? Ich habe an nichts dergleichen gedacht. Haben Sie nie Kinder gehabt? So viel ich weiß nicht. Und Sie haben sich auch nie eins gewünscht. Weshalb denn? Es gibt Leute, die keine ernsthaften Interessen im Leben haben und sich einbilden, sie könnten durch ein Kind ihrem Leben irgendeine Bedeutung oder einen Sinn verleihen. Sie glauben, auf diese Weise etwas zu hinterlassen. Das ist bei mir nicht der Fall. Glauben Sie nicht, dass Louise angesichts Ihres Alters und des Alters Ihres Geliebten meinte, das Kind könne nur von Pirot sein? Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist das unhaltbar. Ich spreche von dem, was in Ihrem Kopf vorging. Das ist möglich. Genügte das nicht, um den Entschluss zu fassen, Sie zu verlassen und mit Pirot zu leben? Nein. Mir gegenüber hätte sie bestimmt behauptet, das Kind sei von mir. Hätten Sie es anerkannt? Warum nicht? Selbst wenn Sie an Ihrer Vaterschaft gezweifelt hätten. Was macht das für einen Unterschied? Ein Kind ist ein Kind. Hätten Sie die Mutter geheiratet? Ich sehe nicht ein, warum ich das hätte tun sollen. Sie glauben also, dass Louise gar nicht versucht hätte, Sie dazu zu überreden? Wenn sie es auch versucht hätte, erreicht hätte sie es nicht. Weil Sie Ihre Frau nicht verlassen wollen? Weil ich alle diese Komplikationen einfach lächerlich finde. Ich spreche offen mit Ihnen, weil ich Sie für fähig halte, mich zu verstehen. Haben Sie Ihrer Frau davon erzählt? Sonntagnachmittag, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es war Sonntag. Ich verbrachte einen Teil des Nachmittags zu Hause. Warum haben Sie es ihr erzählt? Ich habe es auch meiner Assistentin erzählt. Ich weiß. Warum fragen Sie dann? Was hat Ihre Frau dazu gesagt? Sie wollte wissen, was ich zu tun gedächte. Sagten Sie ihr, dass Sie das Kind anerkennen würden? Sind Sie nicht auf den Gedanken gekommen, dass diese Enthüllung Sie außer sich bringen könnte? Vielleicht. Haben Sie es mit Absicht getan? Sie meinen, dass ich es ihr sagte? Kurz, es war Ihnen nicht unangenehm, Ihre Frau und Ihre Assistentin durcheinander zu bringen. Hätte nicht die eine oder die andere den Entschluss fassen können, Louise Fillon aus der Welt zu schaffen? Mit diesem Gedanken dürften Sie sich schon seit Längerem getragen haben. Beide hassten Louise. Ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwann einmal einem anderen den Tod gewünscht hätte. Nur, dass die Menschen, die ihre Gedanken in die Tat umsetzen, selten sind. Zum Glück für Sie, Kommissar. Louise Fillon ist ermordet worden. Jemand ist bis zum Äußersten gegangen. Haben Sie sich nicht gefragt, wer es war? Das ist Ihre Aufgabe, nicht meine. Haben Sie sich überlegt, dass Sie selber in Betracht kommen? Natürlich. Ich war erstaunt, dass Sie mich nicht verhörten. Montagabend sind Sie also ins Krankenhaus gefahren, aber nur eine halbe Stunde am Bett Ihres Patienten geblieben. Ich ging in ein Zimmer im vierten Stock hinauf, um mich auszuruhen. Sie befanden sich allein in dem Zimmer. Und nichts hinderte Sie daran, das Krankenhaus unbemerkt zu verlassen, im Taxi hierher zu fahren und dann wieder in das Zimmer zurückzukehren. Um welche Zeit soll sich das Ihnen zufolge ereignet haben? Zwischen neun und elf Uhr natürlich. Und um wie viel Uhr war Pierre Aero bei Louise? Um dreiviertel zehn. Also hätte ich Louise danach umbringen müssen. In Anbetracht der Fahrtdauer hätte ich also zwischen zehn und halb elf nicht im Krankenhaus sein können. Um fünf nach zehn aber, Monsieur McRae, ist zufällig einer meiner Kollegen, der im dritten Stock eine Konsultation gehabt hatte, zu mir heraufgekommen. Er hatte Zweifel bezüglich einer Diagnose und bat mich, einen Augenblick mitzukommen. Ich ging in den dritten Stock hinunter. Weder meine Assistentin noch mein Personal konnte Ihnen das sagen, denn Sie wussten nichts davon. Es handelt sich also nicht um die Aussage einer Frau, die mir unbedingt aus der Klemme heraushelfen will, sondern um fünf oder sechs Personen. Darunter auch der Patient, der mich nie zuvor gesehen hatte und der wahrscheinlich nicht einmal meinen Namen kennt. Ich habe keinen Augenblick gedacht, dass Sie Louise ermordet hätten. Ich hatte nur erwartet, dass Sie die Person, die den Mord begangen hat, decken würden. Ich nehme an, Monsieur Gouin, dass Ihre Frau Zugang zu Ihrer Schreibtischschublade hatte. Oder war sie etwa abgeschlossen? Ich schließe nie etwas ab. Wissen Sie, ob Ihre Frau Louise jemals in Ihrer Wohnung im dritten Stock besucht hat? Da kennen Sie sie schlecht. Glauben Sie, dass sie immer noch an der Tür horcht? Ich bin überzeugt. Tatsächlich öffnete sich jetzt die Verbindungstür. Madame Gouin kam zwei Schritte näher, nur so weit, dass sie ihrem Mann in die Augen sehen konnte. Noch nie hatte Maigret in den Augen eines Menschen so viel Verachtung gesehen. Der Professor hielt dem Blick stand. Ich bin gezwungen, Sie zu verhaften, Madame Gouin. Ich weiß. Ich nehme an, Sie haben alles mit angehört. Ja. Gestehen Sie, dass Sie Louise Fillon ermordet haben? Er wusste, dass es so kommen würde. Ich frage mich jetzt, ob er nicht gerade das gewollt hat, ob er mir nicht absichtlich gewisse Dinge anvertraut hat, um mich so weit zu bringen. Und wenn schon. Das war »Hier irrt Maigret« von Georges Simenon. Gesprochen von Christian Berkel, Fritte M. Toc, Ursula Werner, Stefan Baumegger, Renate Krössner, Eva Weißenborn, Gerd Grasse und Ulrike Krummbiegel. Ohnung verließ und den Fahrstuhl heraufholte. Sie haben ihm also nachspioniert? Ja, ich habe ihm nachspioniert, wie gewöhnlich. Wie soll ich Ihnen das erklären? Ich tue es, weil ich es für meine Pflicht halte, ihn zu beschützen. Wie spät war es? Ungefähr acht Uhr. Wir hatten in aller Eile gegessen, weil er wieder ins Krankenhaus musste. Er ist also nur ein paar Minuten in der Wohnung von Louise geblieben und dann mit dem Fahrstuhl hinuntergefahren? Ja. Mademoiselle Dekot, seine Assistentin, wartete unten auf ihn. Sie wohnt unweit von hier. Sie fahren immer zusammen ins Krankenhaus. Auch Sie? Auch Sie. Gelegentlich. Um halb zwölf, vielleicht etwas früher, kam Etienne zurück. Ging Ihr Mann dann noch hinunter? Nein, er war müde. Und im Laufe des Abends ist also nichts Ungewöhnliches passiert? Sie haben kein Geräusch gehört? In diesen alten Häusern hört man nichts von einer Wohnung zur anderen und schon gar nicht von einem Stockwerk zum anderen. Sie müssen mich entschuldigen, aber ich muss jetzt hinauf. Etienne kann jeden Augenblick zurückkommen. Glauben Sie, dass Sie darauf verzichten können, ihn zu verhören? Im Augenblick halte ich es nicht für unbedingt nötig. Im Augenblick halte ich es nicht für unbedingt nötig. Am Quai des Orfèvres war die Polizeimaschinerie in Gang gesetzt worden. Auf den Bahnhöfen wurden die Reisenden, deren Äußeres mit der Personenbeschreibung Pierros übereinstimmte, untersucht. Im Chapellviertel durchkämmte die Polizei Hotels und Pensionen und stand vor dem Hotel Duvar auf Posten. Maigret rief den Gerichtsarzt an. Der Schuss sei aus nächster Nähe abgefeuert worden. Louise Fillon sei auf der Stelle tot gewesen, schätzungsweise zwischen neun Uhr und Mitternacht. Ich würde aber eher elf Uhr als Mitternacht annehmen, sagte der Gerichtsarzt zu Maigret. Und ich habe noch etwas entdeckt, das Sie vielleicht überraschen wird. Wissen Sie, dass das Mädchen schwanger war? Es überraschte Maigret allerdings. Er fragte den Gerichtsarzt, wie lange schon. Etwa sechs Wochen, meinte der. Sie habe es wahrscheinlich nicht gewusst. Und wenn, dann erst seit kurzer Zeit. Sechs Wochen. Also musste sie seit einigen Tagen etwas geahnt haben. Maigret war davon überzeugt. Ihre Schwangerschaft war der Schlüssel zur ganzen Tragödie. Sind Sie es, Chef? fragte am nächsten Morgen. Ich habe noch etwas entdeckt, das Sie vielleicht überraschen wird. Wissen Sie, dass das Mädchen schwanger war? Es überraschte Maigret allerdings. Er fragte den Gerichtsarzt, wie lange schon. Etwa sechs Wochen, meinte der. Sie habe es wahrscheinlich nicht gewusst. Und wenn, dann erst seit kurzer Zeit. Sechs Wochen. Also musste sie seit einigen Tagen etwas geahnt haben. Maigret war davon überzeugt. Ihre Schwangerschaft war der Schlüssel zur ganzen Tragödie. Sind Sie es, Chef? Fragte am nächsten Morgen Janvier am Telefon. Seine Stimme klang erregt. Janvier hatte die Nacht auf dem Sofa in Louis' Wohnung verbracht. Er erzählte Maigret, was vor zehn Minuten dort passiert war. Er war gerade in der Küche gewesen und hatte eine Tasse Kaffee getrunken. Zuerst hörte er ein leises Geräusch, wie einen Schlüssel, der sich im Schloss dreht. Er verhielt sich still, stellte sich aber so hin, dass er in den Salon hineinschauen konnte. Jemand kam herein, ging durch die Diele. Es war der Professor, übrigens größer und dünner, als Janvier ihn sich vorgestellt hatte. Er trug einen langen, dunklen Überzieher und einen Wollschal um den Hals, hatte den Hut auf und hielt Handschuhe in der Hand. Er machte ein paar Schritte, langsam, wie jemand, der nach Hause kommt. Einen Augenblick fragte Janvier sich, was der Professor denn so anstarre, und dann merkte er, dass es seine Schuhe waren. Janvier hatte sie auf dem Teppich stehen gelassen. Der Professor drehte sich um, erblickte ihn und runzelte die Brauen, nur ganz leicht. Und dann stellte er Janvier ganz gelassen die Frage, sind Sie von der Polizei? Janvier war so überrascht von seinem Verhalten, von seiner ganzen Erscheinung, dass er nur nicken konnte. Eine Zeit lang hatten sich der Professor und Janvier wortlos gegenübergestanden. Der Professor hatte unentwegt auf Janviers Füße gestarrt. Schließlich brachte Janvier die Frage heraus, was wollen Sie hier, Professor? Der Professor gebe einem das Gefühl, so Janvier zu Maigret, dass man selber gar nicht da sei. Sogar wenn er einem in die Augen sehe, schenke er einem kaum mehr Beachtung als irgendeine Blume auf der Tapete. Ich wollte nur einen Blick hineinwerfen, weiter nichts, murmelte der Professor. Er warf dann auch wirklich noch einen Blick auf das Sofa, auf dem noch die Decke und das Kissen lagen, die Janvier benutzt hatte. Dann sog er den Kaffeegeruch ein. Und mit der gleichen unbeteiligten Stimme fügte er hinzu, »Es wundert mich, dass Ihr Chef nicht so neugierig war, mich sprechen zu wollen. Sie können ihm ausrichten, junger Mann, dass ich ihm zur Verfügung stehe.« Er hat sich noch einmal im ganzen Raum umgesehen. Dann hat er sich umgedreht und beim Hinausgehen die Tür hinter sich geschlossen, endete Janvier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Putzfrau stand barfuß im Unterkleid in ihrer Küche und wusch in einem verzinkten Eisenbottich ihre Wäsche. Unaufgefordert hatte Maigret sich auf einen Stuhl gesetzt, dessen geflochtener Sitz leise knarrte. Hat Ihre Arbeitgeberin jemals von Professor Guant gesprochen? Kann schon sein. Und was sagte sie über ihn? Wenn ich das noch wüsste. Bekam Louise viel Geld von Guant? So oft sie welches von ihm verlangte. Und tat sie das oft? Sobald sie keins mehr hatte. Was wollen Sie eigentlich von mir? Wussten Sie, dass Louise schwanger war? Wer hat Ihnen das gesagt? Wann hat sie mit Ihnen darüber gesprochen? Etwa drei Tage, bevor man ihr eine Kugel durch den Kopf gejagt hat. War sie sicher? Sie hat mich nach einem Arzt gefragt und ich habe ihr die Adresse von einem hier in der Nähe gegeben. Wissen Sie, ob sie hingegangen ist? Wenn, so hat sie mir nichts davon erzählt. Hätte sie das Kind behalten? Bestimmt. Wäre sie beim Professor geblieben? Wenn sie nicht zu Pierrot gegangen wäre. Der Arzt wußte gleich Bescheid, als Maigret sich vorstellte. Er sei sicher gewesen, dass Maigret früher oder später zu ihm gekommen wäre. Louise Fillon sei vorgestern am Montag um halb sechs bei ihm gewesen. Sie habe gedacht, dass sie schwanger sei und sich Gewissheit verschaffen wollen. Als er ihr gesagt habe, dass an ihrer Schwangerschaft kein Zweifel bestehe, habe sie sich bedankt. Er habe ihr nochmals bestätigen müssen, dass es absolut sicher sei. Auf Maigrets Frage, ob sie glücklich darüber gewesen sei, sagte der Arzt, ich könnte schwören, dass sie es war. Als Maigret sein Büro betrat, standen belegte Brote und Bier auf einem Tablett bereit. Er trank ein Bier und verbrachte eine Viertelstunde damit, von seinem Fenster aus auf die Lastkähne hinunter zu sehen, die über die graue Wasserfläche der Seine glitten. Endlich hörte er Schritte und ging zur Tür. Pierrot war bleich und hatte tiefe Ringe unter den Augen. Er war sichtlich erregt. Er sah sich zuerst im Zimmer um, als wittere er einen Hinterhalt. Maigret hielt ihm ein Bier hin und nahm selbst eins. Sie haben versprochen, und ich werde mein Wort halten. Ich bin... Temtok, Ursula Werner, Stefan Baumecker, Renate Krössner, Eva Weißenborn, Gerd Grasse und Ulrike Krumbiegel. Die Straßen rings um den Triumphbogen waren fast menschenleer. Ein paar Männer schafften gerade die Mülleimer fort. An den meisten Fenstern waren die Vorhänge noch zugezogen und nur in einigen war Licht zu sehen. In der Avenue Carnot stand ein Schutzmann in Pellerine auf dem Gehsteig. Maigret öffnete das Haustor mit den blank geputzten Messingknöpfen und trat ein. Die Concierge saß in ihrer Loge und frühstückte. Sie sah ihn durch die Glastür an, rührte sich aber nicht. Wie in jedem gepflegten Haus funktionierte der Fahrstuhl geräuschlos. Das Rot der Läufer bildete einen schönen Kontrast zur gebohnerten Eichentreppe. Im dritten Stock sah Maigret drei Türen und stand einen Augenblick unschlüssig da, als die linke Tür aufging und ein Inspektor erschien. Maigret ging durch den Flur, in dem nur ein Kleiderständer und zwei Stühle standen, und betrat einen Salon. In der Ecke eines gelben Sofas war eine brünette junge Frau merkwürdig in sich zusammengesunken. Auf ihrem Schlafrock war ein großer, dunkelroter Fleck zu sehen. Sie war nach der rechten Seite abgesackt, ihr Kopf hing herab, die Haare berührten fast den Teppich. Jetzt erst wusste Maigret, was ihm bei seiner Ankunft aufgefallen war. Normalerweise hätte er sich schon auf dem Trottoir durch eine Menge von Schaulustigen hindurchzwängen müssen. Gewöhnlich lagen auch in den Gängen die Hausbewohner auf der Lauer. Hier jedoch war alles so ruhig, als sei nichts geschehen. Am Ende des Flurs fand er die Küchentür, sie stand offen. Neben dem Gasherd saß die Putzfrau, die die Leiche von Louise Fillon entdeckt hatte. Sie blies in eine Tasse Kaffee, um ihn abzukühlen. Wie sie so da saß, berührten ihre Füße kaum den Boden. Ihre Schuhe waren zu groß und ihr Kleid zu weit. Der Kaffee roch so gut, dass sich Maigret ebenfalls eine Tasse einschenkte. Sind Sie nicht früher einmal wegen Ladendiebstahls verhaftet worden? Deswegen auch. Was ist eigentlich heute Morgen passiert? Ich war um acht hier. Ich stieß die Salontür auf und sah sie. Haben Sie sie angefasst? Ich brauchte sie nicht erst anzufassen, um zu wissen, dass sie tot war. Und weiter? Dann habe ich die Polizei angerufen. Und dann? Nach dem Anruf? Habe ich gewartet. Und was taten Sie inzwischen? Nichts. Sind Sie sicher, dass Sie nichts angerührt haben? Ganz sicher. Haben Sie keinen Revolver gefunden? Ich habe gar nichts gefunden. Sagen Sie, wusste Ihre Arbeitgeberin, dass Sie im Gefängnis waren? Ich habe es ihr erzählt. Und war sie nicht erschrocken? Sie fand es lustig. Es sollte mich nicht wundern, Entschluss fassen können, Louise Fillon aus der Welt zu schaffen. Mit diesem Gedanken dürften Sie sich schon seit Längerem getragen haben. Beide hassen Louise. Ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwann einmal einem anderen den Tod gewünscht hätte. Nur, dass die Menschen, die ihre Gedanken in die Tat umsetzen, selten sind. Zum Glück für Sie, Kommissar. Louise Fillon ist ermordet worden. Jemand ist bis zum Äußersten gegangen. Haben Sie sich nicht gefragt, wer es war? Das ist Ihre Aufgabe, nicht meine. Haben Sie sich überlegt, dass Sie selber in Betracht kommen? Natürlich. Ich war erstaunt, dass Sie mich nicht verhörten. Montagabend sind Sie also ins Krankenhaus gefahren, aber nur eine halbe Stunde am Bett Ihres Patienten geblieben. Ich ging in ein Zimmer im vierten Stock hinauf, um mich auszuruhen. Sie befanden sich allein in dem Zimmer. Und nichts hinderte Sie daran, das Krankenhaus unbemerkt zu verlassen, im Taxi hierher zu fahren und dann wieder in das Zimmer zurückzukehren. Um welche Zeit soll sich das Ihnen zufolge ereignet haben? Zwischen neun und elf Uhr natürlich. Und um wie viel Uhr war Pierre Aro bei Louise? Um dreiviertel zehn. Also hätte ich Louise danach umbringen müssen. In Anbetracht der Fahrtdauer hätte ich also zwischen zehn und halb elf nicht im Krankenhaus sein können. Um fünf nach zehn aber, Monsieur McRae, ist zufällig einer meiner Kollegen, der im dritten Stock eine Konsultation gehabt hatte, zu mir heraufgekommen. Er hatte Zweifel bezüglich einer Diagnose und bat mich, einen Augenblick mitzukommen. Ich ging in den dritten Stock hinunter. Weder meine Assistentin noch mein Personal konnte Ihnen das sagen, denn Sie wussten nichts davon. Es handelt sich also nicht um die Aussage einer Frau, die mir unbedingt aus der Klemme heraushelfen will, sondern um fünf oder sechs Personen. Darunter auch der Patient, der mich nie zuvor gesehen hatte und der wahrscheinlich nicht einmal meinen Namen kennt. Ich habe keinen Augenblick gedacht, dass Sie Louise ermordet hätten. Ich hatte nur erwartet, dass Sie die Person, die den Mord begangen hat, decken würden. Ich nehme an, Monsieur Gouin, dass Ihre Frau Zugang zu Ihrer Schreibtischschublade hatte. Oder war sie etwa abgeschlossen? Ich schließe nie etwas ab. Wissen Sie, ob Ihre Frau Louise jemals in Ihrer Wohnung im dritten Stock besucht hat? Da kennen Sie sich schlecht. Glauben Sie, dass sie immer noch an der Tür horcht? Ich bin überzeugt. Tatsächlich öffnete sich jetzt die Verbindungstür. Madame Gouin kam zwei Schritte näher, nur so weit, dass sie Ihrem Mann in die Augen sehen konnte. Noch nie hatte Maigret in den Augen eines Menschen so viel Verachtung gesehen. Der Professor hielt dem Blick stand. Ich bin gezwungen, Sie zu verhaften, Madame Gouin. Ich weiß. Ich nehme an, Sie haben alles mit angehört. Ja. Gestehen Sie, dass Sie Louise Fillon ermordet haben? Er wusste, dass es so kommen würde. Ich frage mich jetzt, ob er nicht gerade das gewollt hat, ob er mir nicht absichtlich gewisse Dinge anvertraut hat. Haben Sie sie angefasst? Ich brauchte Sie nicht erst anzufassen, um zu wissen, dass sie tot war. Und weiter? Dann habe ich die Polizei angerufen. Und dann? Nach dem Anruf? Habe ich gewartet. Und was taten Sie inzwischen? Nichts. Sind Sie sicher, dass Sie nichts angerührt haben? Ganz sicher. Haben Sie keinen Revolver gefunden? Ich habe gar nichts gefunden. Sagen Sie, wusste Ihre Arbeitgeberin, dass Sie im Gefängnis waren? Ich habe es ihr erzählt. Und war sie nicht erschrocken? Sie fand es lustig. Es sollte mich nicht wundern, wenn sie selbst schon gesessen hätte. Was meinen Sie damit? Dass sie auf den Strich gegangen ist, bevor sie hier einzog. Woher wissen Sie das? Weil sie es mir erzählt hat. Aber selbst wenn sie es mir nicht gesagt hätte... Haben Sie eine Ahnung, wer Ihre Arbeitgeberin ermordet haben könnte? Nicht im Geringsten. Empfängen Sie oft Besuche? Ich habe nie irgendwelchen Besuch gesehen. Allerdings gehe ich mittags weg. Wissen Sie, ob sie Bekannte hat? Alles, was ich weiß, ist, dass in einem der Wandschränke ein Männerschlafrock hängt. Es stehen auch ein paar Männerpantoffeln und eine Zigarrenkiste drin. Wissen Sie, wer der Mann ist? Ich habe ihn nie gesehen. Hat er nie angerufen, wenn Sie hier waren? Doch, manchmal. Wie nannte sie ihn? Pierrot. Ließ sie sich aushalten? Irgendjemand muss ja die Miete bezahlt haben. Und das Übrige. Wie alle Portierslogen dieses Stadtteils hatte auch diese etwas Gutbürgerliches. Die Concierge, die höchstens 40 Jahre alt sein konnte, war gut und sogar mit einem gewissen Schick gekleidet. Kannten Sie Louise Fillon gut? Sie hat sich nie lange bei mir aufgehalten und immer nur durch den Türspalt nach ihrer Post gefragt. Sagen Sie, Madame... Cornet. Sagen Sie, Madame Cornet, der Mann, der Sie besuchte, war es eigentlich immer derselbe? Ich habe immer nur den einen hinaufgehen sehen. Ein Musiker. Woher wissen Sie das? Weil ich ihn ein paar Mal mit einem Saxophonkasten gesehen habe. War er gestern Abend hier? Ja, gegen 10 Uhr. Er ist nur etwa 10 Minuten oben geblieben und als er wegging, schien er es eilig zu haben. Sah er erregt aus? Nein. Hat sie gestern Abend noch anderen Besuch empfangen? Nein. Glauben Sie, dass der Musiker Ihr Geliebter war? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie damit? Nichts. Ich dachte an die Miete. Ich verstehe. Also nicht einer von den Musikern, die ihrer kleinen Freundin eine solche Wohnung bieten können. Behilflich zu sein. 10, 12 Stunden am Tag oft noch mehr weiche ich nicht von seiner Seite. Manchmal merkt er es gar nicht so. Selbstverständlich ist es für uns beide geworden. Vor langer Zeit, ganz am Anfang ist auch das geschehen, was normalerweise geschieht, wenn ein Mann und eine Frau dauernd zusammen sind. Er hat es nicht wichtig genommen. Und Sie? Haben Sie es auch nicht wichtig genommen? Nicht im Geringsten. Sie haben ihm Ihr ganzes Leben geopfert? Ja. Sie sagten mir, dass es am Anfang zwischen Ihnen gewisse Dinge gegeben hätte. Heißt das, dass es Sie jetzt nicht mehr gibt? Gelegentlich kommt es noch vor. Wie stehen Sie mit seiner Frau? Wie stehen Sie mit seiner Frau? Weder gut noch schlecht. Gilt das für beide Teile? Nehmen wir an, dass ich in Madame Goins Augen dasselbe bin wie ihre Dienstboten. Sie versucht, sich zweifellos selbst davon zu überzeugen, dass sie Frau Professor ist. Warum hat Ihr Chef Sie geheiratet? Um nicht allein zu sein, nehme ich an. Versteht er sich gut mit ihr? Er ist nicht der Mann, der mit jemandem streiten würde. Außerdem besitzt er die außergewöhnliche Fähigkeit, die Leute zu ignorieren. Ignoriert er auch seine Frau? Sie essen manchmal zusammen. Ist das alles? So viel ich weiß, ja. Warum, glauben Sie, hat Sie ihn geheiratet? Der Professor gilt als reicher Mann. Ihrer Ansicht nach ist er, also alles in allem, in seiner Ehe nicht glücklich? Das trifft es nicht ganz. Vielmehr kann ihn seine Frau nicht unglücklich machen. Und Louise? Louise ebenso wenig, davon bin ich überzeugt. Wie erklären Sie es dann, dass er über zwei Jahre lang... Warum stellen Sie diese Frage nicht dem Professor selbst? Aber er hätte sich nicht scheiden lassen, um Louise zu heiraten. Er hätte sich nie durch eine Scheidung das Leben kompliziert. Auch nicht, um Sie zu heiraten? Daran hat er nie gedacht. Und Sie? Ich auch nicht. Ich hätte dabei nur verloren. Sehen Sie, eigentlich bin ich es, die am besten abgeschnitten hat. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Er unternimmt nichts ohne mich. Weshalb haben Sie mich eigentlich aufgesucht, Herr Kommissar? Vielleicht, um den Professor nicht unnötig zu stören. Zeitlich gesehen hat Guren die Möglichkeit gehabt, den Mord zu begehen. Sie kennen ihn eben nicht. Sonst würden Sie auch nicht im Entferntesten daran denken, dass er jemanden töten könnte. Doch. Was wollen Sie damit sagen? Sie müssen zugeben, dass seine Arbeit das Einzige ist, was in seinen Augen einen Wert besetzt. Wenn Louise aus irgendeinem Grund seine Tätigkeit gefährdete... Wodurch? Hätte Sie seine Tätigkeit gefährden können? Wussten Sie, dass sie schwanger war? Änderte das etwas an der Situation? Sie wussten es also. Er hat es mir selbst gesagt. Wann? Letzten Samstag. Sind Sie sicher, dass es Samstag war? Ganz sicher. Was für eine Miene machte er dabei? Gar keine. Und wann begann sie, unangenehm zu werden? Unangenehm wurde sie nie. Sie haben sie ja gesehen. Sie ist eine perfekte Hausfrau und hält die Wohnung fantastisch in Ordnung. Noch nie hat sie darauf bestanden, dass ich abends mit ihr ausgehe oder Freunde zum Essen einlade. Wenn ich richtig verstehe, verbringt sie ihre Tage damit, auf sie zu warten. So ungefähr. Es genügt ihr, meine Frau und eines Tages auch meine Witwe zu sein. Halten Sie sie für berechnend? Sagen wir, dass es ihr nicht unangenehm sein wird, über das Vermögen zu verfügen, das ich ihr hinterlasse. Ich möchte wetten, dass sie in diesem Augenblick an der Tür horcht. Es wäre ihr bestimmt lieber gewesen, wenn ich sie in ihrem Beisein im Salon empfangen hätte. Ihre Frau behauptet, dass sie sie erst auf den Gedanken gebracht hat, Louise Fillon hier im Haus einzumieten. Das stimmt, ich hatte gar nicht daran gedacht. Ich wusste auch gar nicht, dass eine Wohnung frei geworden war. Kam Ihnen das nicht merkwürdig vor? Weshalb? Liebten Sie, Louise? Hören Sie, Monsieur McRae, Sie gebrauchen dieses Wort nun schon zum zweiten Mal. Wir Mediziner kennen es nicht. Brauchten Sie sie? Physisch, ja. Muss ich Ihnen das wirklich erklären. Und Pierrot? Waren Sie nicht eifersüchtig auf ihn? Es wäre mir lieber gewesen, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Und was empfand Louise für Sie? Was hätte sie empfinden sollen? Ich denke, Sie kennen Ihre Geschichte. Natürlich sprach sie von Dankbarkeit und Zuneigung. Die Wahrheit ist einfacher. Sie wollte nicht wieder in der Misere leben. Sie wissen ja, wie das ist. Die Menschen, die wirklich Hunger gelitten haben, die im schwärzesten Sinn des Wortes arm gewesen sind und sich auf irgendeine Weise aus diesem Zustand befreit haben, würden alles, aber auch alles tun, um nicht wieder in ihr altes Elend zu geraten. Liebte Sie Pierrot? Wenn Sie unbedingt auf diesem Wort bestehen. Irgendetwas Sentimentales musste es ja wohl in Ihrem Leben geben. Und außerdem musste sie sich Probleme schaffen. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dass Frauen das Bedürfnis haben, sich wichtig zu fühlen. Das ist zweifellos der Grund dafür, warum sie sich das Dasein komplizieren, sich Fragen stellen und sich immer einbilden, eine Wahl treffen zu müssen. Eine Wahl? Wieso? Louise bildete sich ein, die Wahl zwischen mir und dem Musiker zu haben. Hatte sie diese Wahl nicht? Nein. Warum, habe ich Ihnen bereits gesagt. Hat sie nie gedroht, sie zu verlassen? Manchmal behauptete sie, mit diesem Gedanken zu spielen. Fürchteten Sie nicht, dass sie es tun könnte? Nein. Und sie hat auch nicht versucht, sie zu einer Heirat zu überreden? Soweit ging ihr Ehrgeiz nicht. Ich bin überzeugt, dass der Gedanke, Madame Goin zu werden, sie ein wenig erschreckt hätte. Was sie brauchte, war materielle Sicherheit. Eine geheizte Wohnung, drei Mahlzeiten am Tag, anständige Kleider. Aber was wäre aus ihr geworden, wenn es sie nicht mehr gegeben hätte? Ich hatte eine Lebensversicherung zu ihren Gunsten ab. Wissen Sie, ob sie Bekannte hat? Alles, was ich weiß, ist, dass in einem der Wandschränke ein Männerschlafrock hängt, es stehen auch ein paar Männerpantoffeln und eine Zigarrenkiste drin. Wissen Sie, wer der Mann ist? Ich habe ihn nie gesehen. Hat er nie angerufen, wenn Sie hier waren? Doch, manchmal. Wie nannte sie ihn? Pierrot. Ließ sie sich aushalten? Irgendjemand muss ja die Miete bezahlt haben. Und das Übrige. Wie alle Portierslogen dieses Stadtteils hatte auch diese etwas gutbürgerliches. Die Concierge, die höchstens 40 Jahre alt sein konnte, war gut und sogar mit einem gewissen Schick gekleidet. Kannten Sie Louise Villon gut? Sie hat sich nie lange bei mir aufgehalten und immer nur durch den Türspalt nach ihrer Post gefragt. Sagen Sie, Madame... Cornet. Sagen Sie, Madame Cornet, der Mann, der Sie besuchte, war es eigentlich immer derselbe? Ich habe immer nur den einen hinaufgehen sehen. Ein Musiker. Woher wissen Sie das? Weil ich ihn ein paar Mal mit einem Saxophonkasten gesehen habe. War er gestern Abend hier? Ja, gegen 10 Uhr. Er ist nur etwa 10 Minuten oben geblieben und als er wegging, schien er es eilig zu haben. Sah er erregt aus? Nein. Hat Sie gestern Abend noch anderen Besuch empfangen? Nein. Glauben Sie, dass der Musiker Ihr Geliebter war? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie damit? Nichts. Ich dachte an die Miete. Ich verstehe. Also nicht einer von den Musikern, die ihrer kleinen Freundin eine solche Wohnung bieten können. Die Putzfrau saß noch immer in der Küche von Louise Fillon. Sie trank jetzt keinen Kaffee mehr, sondern rauchte eine Zigarette. Womit verbrachte Ihre Arbeitgeberin eigentlich Ihre Zeit? Gegen 10 Uhr stand sie auf, oder vielmehr sie erwachte, stand aber nicht gleich auf. Ich brachte ihr dann den Kaffee ans Bett, sie trank ihn, rauchte und las dabei. Was las sie denn? Zeitschriften und Romane, oft hörte sie auch Radio. Telefonierte sie? Gegen 11, fast jeden Tag. Mit Pierrot? Ja. Haben Sie eine Ahnung, was sie nachmittags tat? Nach den schmutzigen Schuhen zu schließen, muss sie wohl ausgegangen sein. Aß sie abends zu Hause? Es war nur selten schmutziges Geschirr da. Glauben Sie, dass Sie sich mit Pierrot trafen? Mit ihm oder mit einem anderen. Sind Sie sicher, dass Sie ihn nie gesehen haben? Ganz sicher. Und einen anderen Mann auch nie? Nein. Hat sie Ihnen erzählt, wo sie herkam? Den größten Teil ihres Lebens, 24 Jahre, hat sie im Chapellviertel zugebracht, auf der Straße. Bei einem Jahr dort wohnte und in Wirklichkeit Pierre Herot hieß, 29 Jahre alt und in Paris geboren war. Er bekomme Damenbesuch von einer, so die alte Frau im Büro des Hotels, die sich lange genug selbst in der Gegend herumgetrieben habe. Sie heiße Louise. Jetzt trage sie Pelzmäntel und komme immer im Taxi daher. In einem Taxifahrerlokal fand Janvier heraus, dass Pierrot um Viertel nach zwölf noch da gewesen war. Dann war ein Zeitungsverkäufer vorbeigekommen und nachdem Pierrot einen Blick auf die Titelseite geworfen hatte, war er aufgesprungen und hinausgestürzt. Im Groslo, der kleinen Tanzbar, in der Pierrot arbeitete, waren die Wirtsleute betroffen, als Janvier ihnen sagte, dass Louise tot sei. Früher sei sie fast jeden Abend da gewesen. Das sei allerdings zwei Jahre her. Die Wirtsleute gaben an, dass Pierrot am Vorabend gespielt habe und um 20 nach 9 von Louise angerufen worden sei. Er habe schnell zu ihr gemusst. Um kurz vor 11 sei er zurückgekommen. Er habe bis 1 Uhr morgens gespielt. Als dann Schluss gewesen sei, habe er wie immer noch ein Glas getrunken. Wenn er gewusst hätte, dass Louise tot sei, hätte er das nicht fertiggebracht. Er sei verrückt nach ihr gewesen, so die Wirtsleute. Dann erzählten sie Janvier noch, dass Louise vor zwei Jahren schwer krank gewesen sei. Es habe keine Hoffnung mehr bestanden. Eine Gehirnsache. Dann hätten sie sie operiert und ein paar Wochen später sei sie wiederhergestellt gewesen. Danach sei sie nicht mehr ins Viertel zurückgekommen. Zuerst habe sie eine Wohnung in der Rue Lafayette gehabt, dann in der Avenue Carnot. Das war alles, was Janvier in Erfahrung gebracht hatte, als er gegen drei Uhr in das Polizeipräsidium am Quai des Orfèvres zurückkehrte. Maigret saß in seinem Büro in Hemdsärmeln, weil der Raum überheizt war. Die Luft war blau von Pfeifenrauch. Er versuchte, Ordnung in seine Gedanken zu bringen. Irgendwo muss es einen Mann geben, der Louise die Wohnung in der Avenue Carnot eingerichtet hat. Wenn die Concierge nicht gelogen hat, so empfing Louise außer Pierrot keine anderen Besucher. Die Männerpantoffeln und der Schlafrock aus dem Wandschrank gehören bestimmt nicht dem Saxophonspieler. Auf jeden Fall hat noch ein anderer Mann als Pierrot Louise Fillon regelmäßig besucht. Wenn ihn die Concierge nie gesehen hat, dann wohnt er vielleicht im Hause selbst. Die Liste der Mieter. Wohnt genau ueber ihr. Professor Gouin, einer der groessten Spezialisten fuer Gehirnoperationen. Die Concierge saß in ihrer Loge an einem runden Tisch und war damit beschäftigt, Bettlaken auszubessern. Ich habe das Gefühl, Madame Cornet, dass sie den Mann kennen, der Louise Fillon hier einquartiert hat. Ich werde den Verwalter aufsuchen, er kann mir bestimmt mit... Das ist auch nicht der Ruhm, den er in der ganzen Welt genoß. Maigret hatte den Eindruck, dass zwischen ihm und Louise Geliebtem eine gewisse Ähnlichkeit bestand. Es kam ihm so vor, als haetten sie beide die ungefähr gleichen Ansichten über die Menschen und das Leben. Aber doch nicht ganz die gleichen und vor allem nicht die gleichen Reaktionen. Sie waren eher Gegensätze, aber gleichwertige Gegensätze. Er hatte sein moeglichstes getan, um sich vorzubereiten. Er musste sich selbst daran erinnern, dass er sich in seiner Eigenschaft als Kommissar der Kriminalpolizei in die Avenue Carnot begab und nicht als Mensch, der sich für einen anderen Menschen interessierte. Es war 20 vor 9, als Maigret den Messinggriff der elektrischen Klingel bei den Guains zog. Er hörte Schritte näher kommen, und ein ziemlich junges, recht hübsches Dienstmädchen in schwarzem Kleid und schmuckem Schürzchen öffnete ihm die Tür. Das Mädchen hängte Maigrets Mantel in den Schrank und verschwand. Dann kam Gouin. Er wirkte noch größer, noch magerer, als Maigret ihn sich vorgestellt hatte. Er ging ihm durch einen Korridor voran, der in die Bibliothek führte. Die Wände des Raumes waren fast ganz mit gebundenen Büchern bedeckt. Sanftes Licht erhellte den Raum, und im Kamin brannten Holzscheite. Gouin deutete auf ein paar Fauteuils und nahm selbst Platz. In diesem Augenblick begegneten sich ihre Blicke zum ersten Mal, und Maigret las in den Augen des Professors etwas wie einen Vorwurf. Vielleicht, aber dessen war er sich nicht ganz sicher, sprach auch Enttäuschung daraus. Das war schon deshalb schwer zu sagen, weil Gouin äußerlich eher banal wirkte. Die Augen waren klein, hell und ohne besonderen Glanz. Dennoch hatte sein Blick etwas ungemein Durchdringendes. Jetzt, da dieser Blick auf ihn ruhte, hätte Maigret schwören können, dass Gouin auf ihn ebenso neugierig war wie er auf Gouin. Fand auch Gouin Maigret banaler, als er ihn sich vorgestellt hatte? Glauben Sie nicht, Monsieur Maigret, dass es vernünftiger gewesen wäre, wenn Sie sich direkt an mich gewandt hätten, statt meine arme Assistentin zu belästigen? Sie meinen Mademoiselle de Coe? Sie schien mir nicht im Geringsten verlegen zu sein. Ich nehme an, dass sie Sie gleich danach angerufen und Ihnen alles getreulich mitgeteilt hat. Sie hat mir alle Fragen und Antworten wiederholt. Sie hielt das für wichtig. Frauen haben fortwährend das Bedürfnis, sich von ihrer eigenen Wichtigkeit zu überzeugen. Lucille de Coe ist Ihre engste Mitarbeiterin, nicht wahr? Der Arzt wusste gleich Bescheid, als Maigret sich vorstellte. Er sei sicher gewesen, dass Maigret früher oder später zu ihm gekommen wäre. Louise Fillon sei vorgestern am Montag um halb sechs bei ihm gewesen. Sie habe gedacht, dass sie schwanger sei und sich Gewissheit verschaffen wollen. Als er ihr gesagt habe, dass an ihrer Schwangerschaft kein Zweifel bestehe, habe sie sich bedankt. Er habe ihr nochmals bestätigen müssen, dass es absolut sicher sei. Auf Maigrets Frage, ob sie glücklich darüber gewesen sei, sagte der Arzt, Ich könnte schwören, dass sie es war. Als Maigret sein Büro betrat, standen belegte Brote und Bier auf einem Tablett bereit. Er trank ein Bier und verbrachte eine Viertelstunde damit, von seinem Fenster aus auf die Lastkähne hinunter zu sehen, die über die graue Wasserfläche der Seine glitten. Endlich hörte er Schritte und ging zur Tür. Pierrot war bleich und hatte tiefe Ringe unter den Augen. Er war sichtlich erregt. Er sah sich zuerst im Zimmer um, als wittere er einen Hinterhalt. Maigret hielt ihm ein Bier hin und nahm selbst eins. Sie haben versprochen. Und ich werde mein Wort halten. Ich bin aus freien Stücken hergekommen. Sie haben richtig gehandelt. Ich schwöre Ihnen, dass ich Sie nicht umgebracht habe. Lebte Louise noch, als Sie Montagabend in die Avenue Cano gingen? Natürlich. Als Sie sie im Grillot anrief, hatten Sie da schon eine Ahnung, was sie Ihnen mitzuteilen hatte? Nicht die geringste. Sie war außer sich und wollte mich dringend sprechen. Ich dachte, sie hätte einen Entschluss gefasst. Ich habe Angst bekommen. Angst? Wovor? Ich hatte Angst wegen des Alten. Damit meinen Sie den Professor, nehme ich an. Ja. Ich dachte immer, er würde sich eines Tages scheiden lassen und Louise heiraten. Liebte Sie sie? Ich glaube, ja. Sie sind nicht ganz sicher? Frauen sind wahrscheinlich anders als Männer. Was wollen Sie damit sagen? Sie war ein armes Mädchen. Wohin setzte sie sich, als sie hereinkam? Sie ging dauernd auf und ab und schließlich sagte sie, ohne mich anzusehen, ich habe eine große Neuigkeit für dich, ich bin schwanger. Schien ihr das angenehm zu sein? Weder angenehm noch unangenehm. Dachten Sie, dass das Kind von Ihnen sei? Was haben Sie dazu gesagt? Nichts. Mir war ganz komisch zumute, ich wollte sie in die Arme nehmen. Aber sie ließ es nicht zu? Nein. Sie ging weiter auf und ab und sprach zu sich selbst, ungefähr so. Ich frage mich, was ich jetzt tun soll, das ändert alles. Wenn ich es ihm sage, sie war nicht sicher, wie Guerin es aufnehmen würde. Was hatten Sie denn erwartet, was sie Ihnen mitzuteilen hatte? Dass sie mir um den Hals fallen und mir sagen würde, sie hätte sich endlich entschlossen, mit mir zu gehen. Als sie damals aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hat sie behauptet, sie sei zu dem, was sie tat, gezwungen, aus Dankbarkeit. Sie glaubte... Die Männerpantoffeln und der Schlafrock aus dem Wandschrank gehören bestimmt nicht dem Saxophonspieler. Auf jeden Fall hat noch ein anderer Mann als Pierrot Louis Filon regelmäßig besucht. Wenn ihn die Concierge nie gesehen hat, dann wohnt er vielleicht im Hause selbst. Die Liste der Mieter wohnt genau über ihr. Professor Guerin, einer der größten Spezialisten für Gehirnoperationen. Die Concierge saß in ihrer Loge an einem runden Tisch und war damit beschäftigt, Bettlaken auszubessern. Ich habe das Gefühl, Madame Cornet, dass Sie den Mann kennen, der Louis Filon hier einquartiert hat. Ich werde den Verwalter aufsuchen, er kann mir bestimmt mit... Auch nicht der Ruhm, den er in der ganzen Welt genoss. Maigret hatte den Eindruck, dass zwischen ihm und Louis' Geliebtem eine gewisse Ähnlichkeit bestand. Es kam ihm so vor, als hätten sie beide die ungefähr gleichen Ansichten über die Menschen und das Leben. Aber doch nicht ganz die gleichen und vor allem nicht die gleichen Reaktionen. Sie waren eher Gegensätze, aber gleichwertige Gegensätze. Er hatte sein Möglichstes getan, um sich vorzubereiten. Er musste sich selbst daran erinnern, dass er sich in seiner Eigenschaft als Kommissar der Kriminalpolizei in die Avenue Carnot begab und nicht als Mensch, der sich für einen anderen Menschen interessierte. Es war 20 vor 9, als Maigret den Messinggriff der elektrischen Klingel bei den Guains zog. Er hörte Schritte näher kommen und ein ziemlich junges, recht hübsches Dienstmädchen in schwarzem Kleid und schmuckem Schürzchen öffnete ihm die Tür. Das Mädchen hängte Maigrets Mantel in den Schrank und verschwand. Dann kam Gouin. Er wirkte noch größer, noch magerer, als Maigret ihn sich vorgestellt hatte. Er ging ihm durch einen Korridor voran, der in die Bibliothek führte. Die Wände des Raumes waren fast ganz mit gebundenen Büchern bedeckt. Sanftes Licht erhellte den Raum und im Kamin brannten Holzscheite. Gouin deutete auf ein paar Fauteuils und nahm selbst Platz. In diesem Augenblick begegneten sich ihre Blicke zum ersten Mal, und Maigret las in den Augen des Professors etwas wie einen Vorwurf. Vielleicht, aber dessen war er sich nicht ganz sicher, sprach auch Enttäuschung daraus. Das war schon deshalb schwer zu sagen, weil Gouin äußerlich eher banal wirkte. Die Augen waren klein, hell und ohne besonderen Glanz. Dennoch hatte sein Blick etwas ungemein Durchdringendes. Jetzt, da dieser Blick auf ihn ruhte, hätte Maigret schwören können, dass Gouin auf ihn ebenso neugierig war wie er auf Gouin. Fand auch Gouin Maigret banaler, als er ihn sich vorgestellt hatte? Und nahm selbst Platz. In diesem Augenblick begegneten sich ihre Blicke zum ersten Mal, und Maigret las in den Augen des Professors etwas wie einen Vorwurf. Vielleicht, aber dessen war er sich nicht ganz sicher, sprach auch Enttäuschung daraus. Das war schon deshalb schwer zu sagen, weil Gouin äußerlich eher banal wirkte. Die Augen waren klein, hell und ohne besonderen Glanz. Dennoch hatte sein Blick etwas ungemein Durchdringendes. Jetzt, da dieser Blick auf ihn ruhte, hätte Maigret schwören können, dass Gouin auf ihn ebenso neugierig war wie er auf Gouin. Fand auch Gouin Maigret banaler, als er ihn sich vorgestellt hatte? Glauben Sie nicht, Monsieur Maigret, dass es vernünftiger gewesen wäre, wenn Sie sich direkt an mich gewandt hätten, statt meine arme Assistentin zu belästigen? Sie meinen Mademoiselle de Coe? Sie schien mir nicht im Geringsten verlegen zu sein. Ich nehme an, dass Sie sie gleich danach angerufen und Ihnen alles getreulich mitgeteilt hat. Sie hat mir alle Fragen und Antworten wiederholt. Sie hielt das für wichtig. Frauen haben fortwährend das Bedürfnis, sich von ihrer eigenen Wichtigkeit zu überzeugen. Lucille de Coe ist Ihre engste Mitarbeiterin, nicht wahr? Sie ist meine Assistentin. Sie hat Ihnen wohl auch erzählt, dass Sie mich überall hin begleitet. Das gibt ihr die Illusion, in meinem Leben eine wesentliche Rolle zu spielen. Ist sie in Sie verliebt? Sie wäre in jeden Ihrer Vorgesetzen verliebt, vorausgesetzt, dass er berühmt ist. Sie scheint Ihnen äußerst ergeben zu sein, so ergeben, dass sie beispielsweise sogar eine Meineheit ablegen würde, um Ihnen aus der Klemme zu helfen. Das würde sie ohne Zögern tun. Meine Frau hat sich ja auch schon mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Hat sie es Ihnen selbst erzählt? Genau wie vorhin Lucille hat sie mir sämtliche Einzelheiten ihrer Unterhaltung wiedergegeben. Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, dass Sie heute wie gerufen kommen. Davon abgesehen hatte ich ohnehin den Wunsch, Sie kennenzulernen. Während ich mit meiner Frau beim Abendessen saß, erhielt ich einen Anruf von Luises Putzfrau. Sie bildet sich ein, ein Mittel zu besitzen, um mich zu erpressen. Sie hat nicht lange darum herumgeredet. Ich habe den Revolver, Miss Iguin, sagte sie. Sie hat mir also mitgeteilt, dass sie am Montagmorgen beim Betreten des Salons den Revolver gefunden hat, der auf dem Tisch lag. Hat sie ausdrücklich gesagt, auf dem Tisch? Ja. Sie sagte noch, sie hätte ihn auf dem Treppenflur versteckt, in einem Keramiktopf, in dem eine Grünpflanze steht. Kurt, der Revolver befindet sich in Ihrem Besitz, und sie ist bereit, ihn mir gegen eine gewisse Summe zurückzuerstatten. Zurück zu erstatten? Es ist meiner. ...etwas wie einen Vorwurf. Vielleicht, aber dessen war er sich nicht ganz sicher, sprach auch Enttäuschung daraus. Das war schon deshalb schwer zu sagen, weil Guin äußerlich eher banal wirkte. Die Augen waren klein, hell und ohne besonderen Glanz. Dennoch hatte sein Blick etwas ungemein Durchdringendes. Jetzt, da dieser Blick auf ihn ruhte, hätte Maigret schwören können, dass Guin auf ihn ebenso neugierig war, wie er auf Guin. Fand auch Guin Maigret banaler, als er ihn sich vorgestellt hatte? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Glauben Sie nicht, Monsieur Maigret, dass es vernünftiger gewesen wäre, wenn Sie sich direkt an mich gewandt hätten, statt meine arme Assistentin zu belästigen? Sie meinen Mademoiselle de Coe. Sie schien mir nicht im Geringsten verlegen zu sein. Ich nehme an, dass sie Sie gleich danach angerufen und Ihnen alles getreulich mitgeteilt hat. Sie hat mir alle Fragen und Antworten wiederholt. Sie hielt das für wichtig. Frauen haben fortwährend das Bedürfnis, sich von ihrer eigenen Wichtigkeit zu überzeugen. Lucille de Coe ist Ihre engste Mitarbeiterin, nicht wahr? Sie ist meine Assistentin. Sie hat Ihnen wohl auch erzählt, dass sie mich überall hin begleitet. Das gibt ihr die Illusion, in meinem Leben eine wesentliche Rolle zu spielen. Ist sie in Sie verliebt? Sie wäre in jeden Ihrer Vorgesetzen verliebt, vorausgesetzt, dass er berühmt ist. Sie scheint Ihnen äußerst ergeben zu sein. So ergeben, dass sie beispielsweise sogar eine Meineheit ablegen würde, um Ihnen aus der Klemme zu helfen. Das würde sie ohne Zögern tun. Meine Frau hat sich ja auch schon mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Hat sie es Ihnen selbst erzählt? Genau wie vorhin Lucille hat sie mir sämtliche Einzelheiten Ihrer Unterhaltung wiedergegeben. Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, dass Sie heute wie gerufen kommen. Davon abgesehen hatte ich ohnehin den Wunsch, Sie kennenzulernen. Während ich mit meiner Frau beim Abendessen saß, erhielt ich einen Anruf von Luises Putzfrau. Sie bildet sich ein, ein Mittel zu besitzen, um mich zu erpressen. Sie hat nicht lange darum herumgeredet. Ich habe den Revolver, Monsieur Gouin, sagte sie. Sie hat mir also mitgeteilt, dass sie am Montagmorgen beim Betreten des Salons den Revolver gefunden hat, der auf dem Tisch lag. Hat sie ausdrücklich gesagt, auf dem Tisch? Ja. Sie sagte noch, sie hätte ihn auf dem Treppenflur versteckt, in einem Keramiktopf, in dem eine Grünpflanze steht. Kurt, der Revolver befindet sich in Ihrem Besitz, und sie ist bereit, ihn mir gegen eine gewisse Summe zurückzuerstatten. Zurückzuerstatten? Es ist meiner. Sie hat ihn mir genau beschrieben, Seriennummer und so weiter. Befindet sich die Waffe schon lange in Ihrem Besitz? Seit acht oder neun Jahren. Ob er mir nicht absichtlich gewisse Dinge anvertraut hat, um mich so weit zu bringen? Und wenn schon? Das war Hier irrt Maigret von Georges Simenon. Gesprochen von Christian Berkel, Fritte M. Toc, Ursula Werner, Stefan Baumecker, Renate Krössner, Eva Weißenborn, Gerd Grasse und Ulrike Krumbegel. Ohnung verließ und den Fahrstuhl heraufholte. Sie haben ihm also nachspioniert? Ja, ich habe ihm nachspioniert, wie gewöhnlich. Wie soll ich Ihnen das erklären? Ich tue es, weil ich es für meine Pflicht halte, ihn zu beschützen. Wie spät war es? Ungefähr acht Uhr. Wir hatten in aller Eile gegessen, weil er wieder ins Krankenhaus musste. Er ist also nur ein paar Minuten in der Wohnung von Louise geblieben und dann mit dem Fahrstuhl hinuntergefahren. Ja. Mademoiselle Dekot, seine Assistentin, wartete unten auf ihn. Sie wohnt unweit von hier. Sie fahren immer zusammen ins Krankenhaus. Auch Sie? Auch Sie, gelegentlich. Um halb zwölf, vielleicht etwas früher, kam Etienne zurück. Ging Ihr Mann dann noch hinunter? Nein, er war müde. Und im Laufe des Abends ist also nichts Ungewöhnliches passiert? Sie haben kein Geräusch gehört? In diesen alten Häusern hört man nichts von einer Wohnung zur anderen und schon gar nicht von einem Stockwerk zum anderen. Sie müssen mich entschuldigen, aber ich muss jetzt hinauf. Etienne kann jeden Augenblick zurückkommen. Glauben Sie, dass Sie darauf verzichten können, ihn zu verhören? Im Augenblick halte ich es nicht für unbedingt nötig. Genau. always. Ich Am Quai des Orfevres war die Polizeimaschinerie in Gang gesetzt worden. Auf den Bahnhöfen wurden die Reisenden, deren Äußeres mit der Personenbeschreibung Pierros übereinstimmte, untersucht. Im Chapelleviertel durchkämmte die Polizei Hotels und Pensionen und stand vor dem Hotel Duvar auf Posten. Maigret rief den Gerichtsarzt an. Der Schuss sei aus nächster Nähe abgefeuert worden. Louise Fillon sei auf der Stelle tot gewesen, schätzungsweise zwischen neun Uhr und Mitternacht. Ich würde aber eher elf Uhr als Mitternacht annehmen, sagte der Gerichtsarzt zu Maigret. Und ich habe noch etwas entdeckt, das sie vielleicht überraschen wird. Wissen Sie, dass das Mädchen schwanger war? Es überraschte Maigret allerdings. Er fragte den Gerichtsarzt, wie lange schon. Etwa sechs Wochen, meinte der, die sie erst auf den Gedanken gebracht hat, Louise Fillon hier im Haus einzumieten. Das stimmt. Ich hatte gar nicht daran gedacht. Ich wusste auch gar nicht, dass eine Wohnung frei geworden war. Kam Ihnen das nicht merkwürdig vor? Weshalb? Liebten Sie Louise? Hören Sie, Monsieur Maigret, Sie gebrauchen dieses Wort nun schon zum zweiten Mal. Wir Mediziner kennen es nicht. Brauchten Sie sie? Physisch, ja. Muss ich Ihnen das wirklich erklären. Und Pierrot? Waren Sie nicht eifersüchtig auf ihn? Es wäre mir lieber gewesen, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Und was empfand Louise für Sie? Was hätte sie empfinden sollen? Ich denke, Sie kennen Ihre Geschichte. Natürlich sprach sie von Dankbarkeit und Zuneigung. Die Wahrheit ist einfacher. Sie wollte nicht wieder in der Misere leben. Sie wissen ja, wie das ist. Die Menschen, die wirklich Hunger gelitten haben, die im schwärzesten Sinn des Wortes arm gewesen sind und sich auf irgendeine Weise aus diesem Zustand befreit haben, würden alles, aber auch alles tun, um nicht wieder in ihr altes Elend zu geraten. Liebte Sie Pierrot? Wenn Sie unbedingt auf diesem Wort bestehen. Irgendetwas Sentimentales musste es ja wohl in Ihrem Leben geben. Und außerdem musste sie sich Probleme schaffen. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, dass Frauen das Bedürfnis haben, sich wichtig zu fühlen. Das ist zweifellos der Grund dafür, warum sie sich das Dasein komplizieren, sich Fragen stellen und sich immer einbilden, eine Wahl treffen zu müssen. Eine Wahl? Wieso? Louise bildete sich ein, die Wahl zwischen mir und dem Musiker zu haben. Hatte Sie diese Wahl nicht? Nein. Warum, habe ich Ihnen bereits gesagt. Hat sie nie gedroht, Sie zu verlassen? Manchmal behauptete sie, mit diesem Gedanken zu spielen. Fürchteten Sie nicht, dass sie es tun könnte? Nein. Und sie hat auch nicht versucht, Sie zu einer Heirat zu überreden? Soweit ginge Ehrgeiz nicht. Ich bin überzeugt, dass der Gedanke, Madame Gouin zu werden, sie ein wenig erschreckt hätte. Was sie brauchte, war materielle Sicherheit. Eine geheizte Wohnung, drei Mahlzeiten am Tag, anständige Kleider. Was wäre aus ihr geworden, wenn es sie nicht mehr gegeben hätte? Ich hatte eine Lebensversicherung zu Ihren Gunsten ab. Wissen Sie, ob sie Bekannte hat? Alles, was ich weiß, ist, dass in einem der Wandschränke ein Männerschlafrock hängt, es stehen auch ein paar Männerpantoffeln und eine Zigarrenkiste drin. Wissen Sie, wer der Mann ist? Ich habe ihn nie gesehen. Hat er nie angerufen, wenn Sie hier waren? Doch, manchmal. Wie nannte sie ihn? Pierrot. Ließ sie sich aushalten? Irgendjemand muss ja die Miete bezahlt haben. Und das Übrige. Wie alle Portierslogen dieses Stadtteils hatte auch diese etwas Gutbürgerliches. Er ist etwa eine Stunde bei ihm geblieben und hat auf bestimmte Reaktionen gewartet, die aber nicht eingetreten sind. Ich habe ihm gesagt, es sei besser, wenn er sich ausruhe. Kurz vor neun ging er in den vierten Stock hinauf. Sind Sie nicht mit ihm hinaufgegangen? Ich blieb bei dem Patienten. Wann kam der Professor herunter? Ich ging gegen elf hinauf, um ihm zu melden, dass das, worauf er gewartet hatte, eingetreten war. Sie sind also zwischen neun und elf Uhr die ganze Zeit über am Bett des Patienten gewesen, so dass Ihr Chef die Möglichkeit gehabt hätte, die Treppe hinunterzugehen und das Krankenhaus zu verlassen, ohne dass Sie es wussten. Das ist ausgeschlossen. Denn um Viertel nach zehn bin ich oben gewesen, um mich zu vergewissern, dass er nichts brauchte. Sie lügen. Warum sagen Sie das? Weil ich spüre, dass Sie lügen. Hören Sie zu, Mademoiselle de Co., ich kann doch heute Abend mit Leichtigkeit jeden Einzelnen Ihrer Schritte im Krankenhaus rekonstruieren. Sie sind nicht vor elf Uhr hinaufgegangen. Der Professor hat das Krankenhaus nicht verlassen. Woher wissen Sie das? Weil ich ihn besser kenne als irgendjemand sonst. Stimmt es, dass zwischen Ihnen und dem Professor außer den Beruflichen auch noch andere, intimere Beziehungen bestanden? Wir haben eine intime Beziehung, ja. Und zwar unsere Zusammenarbeit. Alles Übrige ist unwichtig. Das heißt also, dass Sie sich nicht lieben? Bestimmt nicht in dem Sinn, in dem Sie es verstehen. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, den ich so bewundere wie Professor Guang. Ich bemühe mich nach Kräften, ihm behilflich zu sein. Zehn, zwölf Stunden am Tag oft noch mehr weiche ich nicht von seiner Seite. Manchmal merkt er es gar nicht so. Selbstverständlich ist es für uns beide geworden. Vor langer Zeit, ganz am Anfang, ist auch das geschehen, was normalerweise geschieht, wenn ein Mann und eine Frau dauernd zusammen sind. Er hat es nicht wichtig genommen. Und Sie? Haben Sie es auch nicht wichtig genommen? Nicht im Geringsten. Sie haben ihm Ihr ganzes Leben geopfert? Ja. Sie sagten mir, dass es am Anfang zwischen Ihnen gewisse Dinge gegeben hätte. Heißt das, dass es Sie jetzt nicht mehr gibt? Gelegentlich kommt es noch vor. Wie stehen Sie mit seiner Frau? Weder gut noch schlecht. Gilt das für beide Teile? Nehmen wir an, dass ich in Madame Gouins Augen dasselbe bin wie ihre Dienstboten. Sie versucht, sich zweifellos selbst davon zu überzeugen, dass sie Frau Professor ist. Warum hat Ihr Chef Sie geheiratet? Um nicht allein zu sein, nehme ich an. Versteht er sich gut mit ihr? Er ist nicht der Mann, der mit jemandem streiten würde. Außerdem besitzt er die außergewöhnliche Fähigkeit, die Leute zu ignorieren. Ignoriert er auch seine Frau? Sie essen manchmal zusammen. Ist das alles? So viel ich weiß, ja. Warum, glauben Sie, hat Sie ihn geheiratet? Der Professor gilt als reicher Mann. Ihrer Ansicht. Glauben Sie nicht, Monsieur Maigret, dass es vernünftiger gewesen wäre, wenn Sie sich direkt an mich gewandt hätten, statt meine arme Assistentin zu belästigen? Sie meinen, Mademoiselle de Cour. Sie schien mir nicht im Geringsten verlegen zu sein. Ich nehme an, dass Sie Sie gleich danach angerufen und Ihnen alles getreulich mitgeteilt hat. Sie hat mir alle Fragen und Antworten wiederholt. Sie hielt das für wichtig. Frauen haben fortwährend das Bedürfnis, sich von ihrer eigenen Wichtigkeit zu überzeugen. Lucille de Cour ist Ihre engste Mitarbeiterin, nicht wahr? Sie ist meine Assistentin. Sie hat Ihnen wohl auch erzählt, dass Sie mich überall hin begleitet. Das gibt ihr die Illusion, in meinem Leben eine wesentliche Rolle zu spielen. Ist sie in Sie verliebt? Sie wäre in jeden Ihrer Vorgesetzten verliebt, vorausgesetzt, dass er berühmt ist. Sie scheint Ihnen äußerst ergeben zu sein, so ergeben, dass Sie beispielsweise sogar eine Meineheit ablegen würde, um Ihnen aus der Klemme zu helfen. Das würde Sie ohne Zögern tun. Meine Frau hat sich ja auch schon mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Hat sie es Ihnen selbst erzählt? Genau wie vorhin Lucille hat sie mir sämtliche Einzelheiten Ihrer Unterhaltung wiedergegeben. Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, dass Sie heute wie gerufen kommen. Davon abgesehen hatte ich ohnehin den Wunsch, Sie kennenzulernen. Während ich mit meiner Frau beim Abendessen saß, erhielt ich einen Anruf von Luises Putzfrau. Sie bildet sich ein, ein Mittel zu besitzen, um mich zu erpressen. Sie hat nicht lange darum herumgeredet. Ich habe den Revolver, Monsieur Gouin, sagte sie. Sie hat mir also mitgeteilt, dass sie am Montagmorgen beim Betreten des Salons den Revolver gefunden hat, der auf dem Tisch lag. Hat sie ausdrücklich gesagt, auf dem Tisch? Ja. Sie sagte noch, sie hätte ihn auf dem Treppenflur versteckt, in einem Keramiktopf, in dem eine Grünpflanze steht. Kurt, der Revolver befindet sich in Ihrem Besitz, und sie ist bereit, ihn mir gegen eine gewisse Summe zurückzuerstatten. Zurückzuerstatten? Es ist meiner. Sie hat ihn mir genau beschrieben, Seriennummer und so weiter. Befindet sich die Waffe schon lange in Ihrem Besitz? Seit acht oder neun Jahren. Ich war nach Belgien gefahren, um dort zu operieren. Damals ging ich öfter auf Reisen als heute. Meine Frau hatte mir immer wieder gesagt, sie fürchte sich tagelang, manchmal auch wochenlang, allein in der Wohnung zu bleiben. Zufällig waren in dem Hotel, in dem ich abstieg, in einer Vitrine verschiedene Schusswaffen belgischen Fabrikats ausgestellt, und da kam ich auf die Idee. Ich muss noch hinzufügen, dass ich sie nicht verzollt habe. In welchem Zimmer befand sich der Revolver? In einer Schublade meines Schreibtisches. Da habe ich ihn jedenfalls zum letzten Mal gesehen. Nein, vor einigen Monaten. Ich habe ihn nie gebraucht. Ich hatte ihn völlig vergessen, bis wohin der Anruf kam. Weiß Ihre Frau davon? Von dem Erpressungsversuch? Ja. Sie hat gehört, was ich am Telefon gesagt habe, weil ich im Esszimmer gesprochen habe. Das Übrige habe ich ihr dann erzählt. Und wie reagierte sie? Doch hatte sein Blick etwas ungemein Durchdringendes. Jetzt, da dieser Blick auf ihn ruhte, hätte Maigret schwören können, dass Goin auf ihn ebenso neugierig war, wie er auf Goin. Fand auch Goin Maigret banaler, als er ihn sich vorgestellt hatte? Fand auch Goin Maigret banaler. Glauben Sie nicht, Monsieur Maigret, dass es vernünftiger gewesen wäre, wenn Sie sich direkt an mich gewandt hätten, statt meine arme Assistentin zu belästigen? Sie meinen Mademoiselle de Coe. Sie schien mir nicht im Geringsten verlegen zu sein. Ich nehme an, dass Sie sie gleich danach angerufen und Ihnen alles getreulich mitgeteilt hat. Sie hat mir alle Fragen und Antworten wiederholt. Sie hielt das für wichtig. Frauen haben fortwährend das Bedürfnis, sich von ihrer eigenen Wichtigkeit zu überzeugen. Lucille de Coe ist Ihre engste Mitarbeiterin, nicht wahr? Der Arzt wusste gleich Bescheid, als Maigret sich vorstellte. Er sei sicher gewesen, dass Maigret früher oder später zu ihm gekommen wäre. Louise Fillon sei vorgestern am Montag um halb sechs bei ihm gewesen. Sie habe gedacht, dass sie schwanger sei und sich Gewissheit verschaffen wollen. Als er ihr gesagt habe, dass an ihrer Schwangerschaft kein Zweifel bestehe, habe sie sich bedankt. Er habe ihr nochmals bestätigen müssen, dass es absolut sicher sei. Auf Maigrets Frage, ob sie glücklich darüber gewesen sei, sagte der Arzt, ich könnte schwören, dass sie es war. Als Maigret sein Büro betrat, standen belegte Brote und Bier auf einem Tablett bereit. Er trank ein Bier und verbrachte eine Viertelstunde damit, von seinem Fenster aus auf die Lastkähne hinunter zu sehen, die über die graue Wasserfläche der Seine glitten. Endlich hörte er Schritte und ging zur Tür. Pierrot war bleich und hatte tiefe Ringe unter den Augen. Er war sichtlich erregt. Er sah sich zuerst im Zimmer um, als wittere er einen Hinterhalt. Maigret hielt ihm ein Bier hin und nahm selbst eins. Sie haben versprochen... Und ich werde mein Wort halten. Ich bin aus freien Stücken hergekommen. Sie haben richtig gehandelt. Ich schwöre Ihnen, dass ich Sie nicht umgebracht habe. Lebte Louise noch, als Sie Montagabend in die Avenue Cano gingen? Natürlich. Als Sie sie im Grillot anrief. Hatten Sie da schon eine Ahnung, was sie Ihnen mitzuteilen hatte? Nein, nicht die geringste. Sie war außer sich und wollte mich dringend sprechen. Ich dachte, sie hätte einen Entschluss gefasst. Ich habe Angst bekommen, sich endlich entschlossen, mit mir zu gehen. Als sie damals aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hat sie behauptet, sie sei zu dem, was sie tat, gezwungen, aus Dankbarkeit. Sie glaubte also, Guant etwas schuldig zu sein? Er hat ihr das Leben gerettet. Ich glaube, er hat keinem einzigen seiner Patienten so viel Zeit geopfert wie ihr. Glauben Sie, dass er in Sie verliebt war? Auf jeden Fall hing er an ihr. Und Sie? Piero? Ich... Ich liebte Sie. Antworten Sie mir ehrlich auf eine Frage, Piero. Wenn Sie Ihnen am Montagabend gesagt hätte, Sie wolle sie nicht mehr sehen, hätten Sie sie umgebracht? Sie wollen also, dass ich meinen Hals selbst in die Schlinge lege? Sie brauchen nicht zu antworten, wenn Sie nicht wollen. Vielleicht hätte ich sie umgebracht. Aber erstens hat Sie mir nichts dergleichen gesagt und zweitens habe ich keinen Revolver. Es gibt Dinge, die einem durch den Kopf gehen, ohne dass man sie je in die Tat umsetzt. Es kam also vor, dass Sie daran dachten, Louise umzubringen. Ja. So viel ich weiß, waren Sie schon vor Gouin mit ihr liiert und hatten nichts dagegen, dass Sie auf den Strich gingen, oder irre ich mich? Das ist etwas anderes. Was hätten Sie getan, wenn Sie Gouin verlassen hätte? Wir hätten zusammen gelebt. Wie früher? Nein. Warum nicht? Weil ich das immer gehasst habe. Wovon hätten Sie gelebt? Von dem, was ich verdiene. Das scheint recht wenig zu sein. Das stimmt. Aber ich wollte nicht in Paris bleiben. Wohin wollten Sie? Irgendwohin. Nach Südamerika, nach Kanada. Aber Louise war von diesem Plan nicht begeistert. Manchmal schon. Ein paar Mal hat sie mir sogar versprochen, dass wir bald fahren würden. Ich nehme an, dass sie vor allem abends so redete. Und morgens sah sie das Ganze dann mit nüchterneren Augen, nicht wahr? Sie hatte Angst. Wovor? Vor dem Hunger. Glauben Sie nicht, dass Sie gerade dieser Angst wegen beim Professor blieb? Vielleicht. Besaß Louise einen Revolver? Nein. Sie sagten vorhin, sie hätte Angst gehabt. Ja, vor dem Leben, vor dem Elend. Aber nicht vor den Menschen. Was hätte sie mit einem Revolver anfangen sollen? Wo Sie seit gestern Nachmittag waren, frage ich Sie nicht. Ich würde es Ihnen auch nicht beantworten. Bin ich jetzt frei? Völlig frei. Bevor Mademoiselle Decaux die Assistentin von Professor Gouin-Mégret öffnete, hörte er sie hinter der geschlossenen Tür in ein anderes Zimmer gehen, und es dauerte ein paar Sekunden, ehe sie zurückkam. Als sich der Türflügel öffnete und er sie in Morgenrock und Pantoffeln vor sich stehen sah, verstand Mégret die Verzögerung. Die Wohnung von Lucille Decaux war äußerst sauber gehalten. Mademoiselle Decaux führte Mégret in einen Sassierge, die höchstens 40 Jahre alt sein konnte, war gut und sogar mit einem gewissen Schick gekleidet. Kannten Sie Louise Fillon gut? Sie hat sich nie lange bei mir aufgehalten und immer nur durch den Türspalt nach ihrer Post gefragt. Sagen Sie, Madame... Cornet. Sagen Sie, Madame Cornet, der Mann, der Sie besuchte, war es eigentlich immer derselbe? Ich habe immer nur den einen hinaufgehen sehen. Ein Musiker. Woher wissen Sie das? Weil ich ihn ein paar Mal mit einem Saxophonkasten gesehen habe. War er gestern Abend hier? Ja, gegen 10 Uhr. Er ist nur etwa 10 Minuten oben geblieben und als er wegging, schien er es eilig zu haben. Sah er erregt aus? Nein. Hat Sie gestern Abend noch anderen Besuch empfangen? Nein. Glauben Sie, dass der Musiker Ihr Geliebter war? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie damit? Nichts. Ich dachte an die Miete. Ich verstehe. Also nicht einer von den Musikern, die ihrer kleinen Freundin eine solche Wohnung bieten können. Die Putzfrau saß noch immer in der Küche von Louise Fillon. Sie trank jetzt keinen Kaffee mehr, sondern rauchte eine Zigarette. Womit verbrachte Ihre Arbeitgeberin eigentlich Ihre Zeit? Gegen 10 Uhr stand sie auf, oder vielmehr sie erwachte, stand aber nicht gleich auf. Ich brachte ihr dann den Kaffee ans Bett, sie trank ihn, rauchte und las dabei. Was las sie denn? Zeitschriften und Romane, oft hörte sie auch Radio. Telefonierte sie? Gegen 11 Uhr, fast jeden Tag. Mit Pierrot? Ja. Haben Sie eine Ahnung, was sie nachmittags tat? Nach den schmutzigen Schuhen zu schließen, muss sie wohl ausgegangen sein. Aß sie abends zu Hause? Es war nur selten schmutziges Geschirr da. Glauben Sie, dass Sie sich mit Pierrot trafen? Mit ihm oder mit einem anderen. Sind Sie sicher, dass Sie ihn nie gesehen haben? Ganz sicher. Und einen anderen Mann auch nie? Nein. Hat sie Ihnen erzählt, wo sie herkam? Den größten Teil ihres Lebens, 24 Jahre, hat sie im Chapellviertel zugebracht, auf der Straße so. Bei einem Jahr dort wohnte und in Wirklichkeit Pierre Herot hieß, 29 Jahre alt und in Paris geboren war. Er bekomme Damenbesuch von einer, so die alte Frau, im Büro des Hotels, die sich lange genug selbst in der Gegend herumgetrieben habe. Sie heiße Louise. Jetzt trage sie Pelzmäntel und komme immer im Taxi daher. In einem Taxifahrerlokal fand Janvier heraus, dass Pierrot um Viertel nach zwölf noch da gewesen war. Dann war ein Zeitungsverkäufer vorbeigekommen und nachdem Pierrot einen Blick auf die Titelseite geworfen hatte, war er aufgesprungen und hinausgestürzt. Im Groslo, der kleinen Tanzbar, in der Pierrot arbeitete, waren die Wirtsleute betroffen, als Janvier ihnen sagte, dass Louise tot sei. Früher sei sie... Glauben Sie etwa, dass es lustig für Sie war, in einem Haus wie diesem zu leben, wo die Leute Sie keines Blickes würdigten, wenn Sie ihr auf der Treppe begegneten? Warum ist sie dann hierher gezogen? Sie wird ihre Gründe gehabt haben. Pierrot ist gestern Abend hier gewesen. Ich nehme an, das heißt für Sie, dass er es war, oder? Ich kann Ihnen nur das eine sagen. Die beiden haben sich geliebt. Sie träumten davon, zu heiraten. Und warum taten Sie es nicht? Vielleicht, weil Sie kein Geld hatten. Vielleicht auch, weil der andere sie nicht freigab. Welcher andere? Sie wissen, dass ich den meine, der zahlte. Maigret schickte Inspektor Janvier ins Chapellviertel. Der Wirt des Chez Léon wusste nur, dass Pierrot jeden Morgen um dreiviertel elf seinen Kaffee bei ihm trank und um elf Uhr angerufen wurde. Heute Morgen aber sei der Anruf ausgeblieben. Im Hotel Duvar erfuhr Janvier, dass Pierrot seit über einem Jahr dort wohnte und in Wirklichkeit Pierre Herot hieß, 29 Jahre alt und in Paris geboren war. Er bekomme Damenbesuch von einer, so die alte Frau, im Büro des Hotels, die sich lange genug selbst in der Gegend herumgetrieben habe. Sie heiße Louise. Jetzt trage sie Pelzmäntel und komme immer im Taxi daher. In einem Taxifahrerlokal fand Janvier heraus, dass Pierrot um Viertel nach zwölf noch da gewesen war. Dann war ein Zeitungsverkäufer vorbeigekommen und nachdem Pierrot einen Blick auf die Titelseite geworfen hatte, war er aufgesprungen und hinausgestürzt. Im Groslo, der kleinen Tanzbar, in der Pierrot arbeitete, waren die Wirtsleute betroffen, als Janvier ihnen sagte, dass Louise tot sei. Früher sei sie fast jeden Abend da gewesen. Das sei allerdings zwei Jahre her. Die Wirtsleute gaben an, dass Pierrot am Vorabend gespielt habe und um zwanzig nach neun von Louise angerufen worden sei. Er habe schnell zu ihr gemusst. Um kurz vor elf sei er zurückgekommen. Er habe bis ein Uhr morgens gespielt. Als dann Schluss gewesen sei, habe er wie immer noch ein Glas getrunken. Wenn er gewusst hätte, dass Louise tot sei, hätte er das nicht fertiggebracht. Er sei verrückt nach ihr gewesen, so die Wirtsleute. Dann erzählten sie Janvier noch, dass Louise vor zwei Jahren schwer krank gewesen sei. Es habe keine Hoffnung mehr bestanden. Eine Gehirnsache. Dann hätten sie sie operiert und ein paar Wochen später sei sie wiederhergestellt gewesen. Danach sei sie nicht mehr ins Viertel zurückgekommen. Zuerst habe sie eine Wohnung in der Rue Lafayette gehabt, dann in der Avenue Carnot. Das war alles, was Janvier in Erfahrung gebracht hatte, als er gegen drei Uhr in das Polizeipräsidium am Quai des Orphevres zurückkehrte. Maigret saß in seinem Büro in Hemdsärmeln, weil der Raum überheizt war. Die Luft war blau von Pfeifenrauch. Er versuchte, Ordnung in seine Gedanken zu bringen. Irgendwo muss er seinen Mann geben, der Louise die Wohnung in der Avenue Carnot eingerichtet hat. Ungefähr acht Uhr. Wir hatten in aller Eile gegessen, weil er wieder ins Krankenhaus musste. Er ist also nur ein paar Minuten in der Wohnung von Louise geblieben und dann mit dem Fahrstuhl hinuntergefahren. Ja. Mademoiselle Dekot, seine Assistentin, wartete unten auf ihn. Sie wohnt unweit von hier. Sie fahren immer zusammen ins Krankenhaus. Auch Sie? Auch Sie. Gelegentlich. Um halb zwölf, vielleicht etwas früher, kam Etienne zurück. Ging Ihr Mann dann noch hinunter? Nein, er war müde. Und im Laufe des Abends ist also nichts Ungewöhnliches passiert? Sie haben kein Geräusch gehört? In diesen alten Häusern hört man nichts von einer Wohnung zur anderen und schon gar nicht von einem Stockwerk zum anderen. Sie müssen mich entschuldigen, aber ich muss jetzt hinauf. Etienne kann jeden Augenblick zurückkommen. Glauben Sie, dass Sie darauf verzichten können, ihn zu verhören? Im Augenblick halte ich es nicht für unbedingt nötig. GERÁLE Am Quai des Orfèvres war die Polizeimaschinerie in Gang gesetzt worden. Auf den Bahnhöfen wurden die Reisenden, deren Äußeres mit der Personenbeschreibung Pierros übereinstimmte, untersucht. Im Chapelleviertel durchkämmte die Polizei Hotels und Pensionen und stand vor dem Hotel Duvar auf Posten. Maigret rief den Gerichtsarzt an. Der Schuss sei aus nächster Nähe abgefeuert worden. Louise Fillon sei auf der Stelle tot gewesen, schätzungsweise zwischen neun Uhr und Mitternacht. Ich würde aber eher elf Uhr als Mitternacht annehmen, sagte der Gerichtsarzt zu Maigret. Und ich habe noch etwas entdeckt, das sie vielleicht überraschen wird. Wissen Sie, dass das Mädchen schwanger war? Es überraschte Maigret allerdings. Er fragte den Gerichtsarzt, wie lange schon. Etwa sechs Wochen, meinte der. Sie habe es wahrscheinlich nicht gewusst. Und wenn, dann erst seit kurzer Zeit. Sechs Wochen. Also musste sie seit einigen Tagen etwas geahnt haben. Maigret war davon überzeugt. Ihre Schwangerschaft war der Schlüssel zur ganzen Tragödie. Sind sie's, Chef? Fragte am nächsten Morgen Janvier am Telefon. Seine Stimme klang erregt. Janvier hatte die Nacht auf dem Sofa in Louise Wohnung verbracht. Er erzählte Maigret, was vor zehn Minuten dort passiert war. Er war gerade in der Küche gewesen und hatte eine Tasse Kaffee getrunken. Wie alle Portierslogen dieses Stadtteils hatte auch diese etwas Gutbürgerliches. Die Concierge, die höchstens 40 Jahre alt sein konnte, war gut und sogar mit einem gewissen Schick gekleidet. Kannten Sie Louise Villon gut? Sie hat sich nie lange bei mir aufgehalten und immer nur durch den Türspalt nach ihrer Post gefragt. Sagen Sie, Madame... Cornet. Sagen Sie, Madame Cornet, der Mann, der Sie besuchte, war es eigentlich immer derselbe? Ich habe immer nur den einen hinaufgehen sehen. Ein Musiker. Woher wissen Sie das? Weil ich ihn ein paar Mal mit einem Saxophonkasten gesehen habe. War er gestern Abend hier? Ja, gegen zehn Uhr. Er ist nur etwa zehn Minuten oben geblieben und als er wegging, schien er es eilig zu haben. Sah er erregt aus? Nein. Hat Sie gestern Abend noch anderen Besuch empfangen? Nein. Glauben Sie, dass der Musiker Ihr Geliebter war? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie damit? Nichts. Ich dachte an die Miete. Ich verstehe. Also nicht einer von den Musikern, die ihrer kleinen Freundin eine solche Wohnung bieten können. Behilflich zu sein. Zehn, zwölf Stunden am Tag, oft noch mehr weiche ich nicht von seiner Seite. Manchmal merkt er es gar nicht so. Selbstverständlich ist es für uns beide geworden. Vor langer Zeit, ganz am Anfang, ist auch das geschehen, was normalerweise geschieht, wenn ein Mann und eine Frau dauernd zusammen sind. Er hat es nicht wichtig genommen. Und Sie? Haben Sie es auch nicht wichtig genommen? Nicht im geringsten. Sie haben ihm Ihr ganzes Leben geopfert? Ja. Sie sagten mir, dass es am Anfang zwischen Ihnen gewisse Dinge gegeben hätte. Heißt das, dass es Sie jetzt nicht mehr gibt? Gelegentlich kommt es noch vor. Wie stehen Sie mit seiner Frau? Weder gut noch schlecht. Gilt das für beide Teile? Nehmen wir an, dass ich in Madame Goins Augen dasselbe bin wie ihre Dienstboten. Sie versucht, sich zweifellos selbst davon zu überzeugen, dass sie Frau Professor ist. Warum hat Ihr Chef Sie geheiratet? Um nicht allein zu sein, nehme ich an. Versteht er sich gut mit ihr? Er ist nicht der Mann, der mit jemandem streiten würde. Außerdem besitzt er die außergewöhnliche Fähigkeit, die Leute zu ignorieren. Ignoriert er auch seine Frau? Sie essen manchmal zusammen. Ist das alles? So viel ich weiß, ja. Warum, glauben Sie, hat Sie ihn geheiratet? Der Professor gilt als reicher Mann. Ihrer Ansicht nach ist er also alles in allem? Sie sagte nur, dass sie sich nicht gut fühle und sich hinlegen wolle. Dachten Sie, das Kind sei von Ihnen? Ich habe an nichts dergleichen gedacht. Haben Sie nie Kinder gehabt? So viel ich weiß nicht. Und Sie haben sich auch nie eins gewünscht? Weshalb denn? Es gibt Leute, die keine ernsthaften Interessen im Leben haben und sich einbilden, sie könnten durch ein Kind ihrem Leben irgendeine Bedeutung oder einen Sinn verleihen. Sie glauben auf diese Weise, etwas zu hinterlassen. Das ist bei mir nicht der Fall. Glauben Sie nicht, dass Louise angesichts Ihres Alters und des Alters Ihres Geliebten meinte, das Kind könne nur von Pirot sein? Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist das unhaltbar. Ich spreche von dem, was in Ihrem Kopf vorging. Das ist möglich. Genügte das nicht, um den Entschluss zu fassen, Sie zu verlassen und mit Pirot zu leben? Nein. Mir gegenüber hätte sie bestimmt behauptet, das Kind sei von mir. Hätten Sie es anerkannt? Warum nicht? Selbst wenn Sie an Ihrer Vaterschaft gezweifelt hätten. Was macht das für einen Unterschied? Ein Kind ist ein Kind. Hätten Sie die Mutter geheiratet? Ich sehe nicht ein, warum ich das hätte tun sollen. Sie glauben also, dass Louise gar nicht versucht hätte, Sie dazu zu überreden? Wenn sie es auch versucht hätte, erreicht hätte sie es nicht. Weil Sie Ihre Frau nicht verlassen wollen? Weil ich alle diese Komplikationen einfach lächerlich finde. Ich spreche offen mit Ihnen, weil ich Sie für fähig halte, mich zu verstehen. Haben Sie Ihrer Frau davon erzählt? Sonntagnachmittag, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es war Sonntag. Ich verbrachte einen Teil des Nachmittags zu Hause. Warum haben Sie sie erzählt? Ich habe es auch meiner Assistentin erzählt. Ich weiß. Warum fragen Sie dann? Was hat Ihre Frau dazu gesagt? Sie wollte wissen, was ich zu tun gedächte. Sagten Sie ihr, dass Sie das Kind anerkennen würden? Sind Sie nicht auf den Gedanken gekommen, dass diese Enthüllung Sie außer sich bringen könnte? Vielleicht. Haben Sie es mit Absicht getan? Sie meinen, dass ich es ihr sagte? Kurz, es war Ihnen nicht unangenehm, Ihre Frau und Ihre Assistentin durcheinander zu bringen. Hätte nicht die eine oder die andere den Entschluss fassen können, Louise Fillon aus der Welt zu schaffen? Mit diesem Gedanken dürften Sie sich schon seit Längerem getragen haben. Beide hassen, Louise. Ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwann einmal einem anderen den Tod gewünscht hätte. Nur, dass die Menschen, die ihre Gedanken in die Tat umsetzen, selten sind. Zum Glück für Sie, Kommissar. Louise Fillon ist ermordet worden. Jemand ist bis zum Äußersten gegangen. Haben Sie sich nicht gefragt, wer es war? Das ist Ihre Aufgabe, nicht meine. Haben Sie sich überlegt, dass Sie selber in Betracht kommen? Natürlich. Ich war erstaunt, dass Sie mich nicht verhörten. Montagabend sind Sie also ins Krankenhaus gefahren, aber nur eine halbe Stunde am Bett Ihres Patienten geblieben. Ich ging in ein Zimmer im vierten Stock hinauf, um mich auszuruhen. Sie befanden sich allein in dem Zimmer. Und nichts hinderte Sie daran, das Krankenhaus unbemerkt zu verlassen, im Taxi hierher zu fahren. Gouin deutete auf ein paar Fouteuys und nahm selbst Platz. In diesem Augenblick begegneten sich ihre Blicke zum ersten Mal, und Maigret las in den Augen des Professors etwas wie einen Vorwurf. Vielleicht, aber dessen war er sich nicht ganz sicher, sprach auch Enttäuschung daraus. Das war schon deshalb schwer zu sagen, weil Gouin äußerlich eher banal wirkte. Die Augen waren klein, hell und ohne besonderen Glanz. Dennoch hatte sein Blick etwas ungemein Durchdringendes. Jetzt, da dieser Blick auf ihn ruhte, hätte Maigret schwören können, dass Gouin auf ihn ebenso neugierig war wie er auf Gouin. Fand auch Gouin Maigret banaler, als er ihn sich vorgestellt hatte? Die Augen waren klein, hell und ohne besonderen Glanz. »Glauben Sie nicht, Monsieur Maigret, dass es vernünftiger gewesen wäre, wenn Sie sich direkt an mich gewandt hätten, statt meine arme Assistentin zu belästigen?« »Sie meinen Mademoiselle de Cour. Sie schien mir nicht im geringsten verlegen zu sein. Ich nehme an, dass sie Sie gleich danach angerufen und Ihnen alles getreulich mitgeteilt hat.« »Sie hat mir alle Fragen und Antworten wiederholt. Sie hielt das für wichtig. Frauen haben fortwährend das Bedürfnis, sich von ihrer eigenen Wichtigkeit zu überzeugen.« »Lucille de Cour ist Ihre engste Mitarbeiterin, nicht wahr?« »Sie ist meine Assistentin. Sie hat Ihnen wohl auch erzählt, dass sie mich überall hin begleitet. Das gibt ihr die Illusion, in meinem Leben eine wesentliche Rolle zu spielen.« »Ist sie in Sie verliebt?« »Sie wäre in jeden Ihrer Vorgesetzen verliebt, vorausgesetzt, dass er berühmt ist.« »Sie scheint Ihnen äußerst ergeben zu sein, so ergeben, dass sie beispielsweise sogar eine Meineheit ablegen würde, um Ihnen aus der Klemme zu helfen.« »Das würde Sie ohne Zögern tun. Meine Frau hat sich ja auch schon mit Ihnen in Verbindung gesetzt.« »Hat sie es Ihnen selbst erzählt?« »Genau wie vorhin Lucille hat sie mir sämtliche Einzelheiten Ihrer Unterhaltung wiedergegeben. Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, dass Sie heute wie gerufen kommen. Davon abgesehen hatte ich ohnehin den Wunsch, Sie kennenzulernen. Während ich mit meiner Frau beim Abendessen saß, erhielt ich einen Anruf von Luises Putzfrau. Sie bildet sich ein, ein Mittel zu besitzen, um mich zu erpressen. Sie hat nicht lange darum herumgeredet. »Ich habe den Revolver, Monsieur Gouin«, sagte sie. Sie hat mir also mitgeteilt, dass sie am Montagmorgen beim Betreten des Salons den Revolver gefunden hat, der auf dem Tisch lag.« »Hat sie ausdrücklich gesagt, auf dem Tisch?« »Ja. Sie sagte noch, sie hätte ihn auf dem Treppenflur versteckt, in einem Keramiktopf, in dem eine Grünpflanze steht. Kurt, der Revolver befindet sich in Ihrem Besitz, und sie ist bereit, ihn mir gegen eine gewisse Summe zurück zu bringen.« Louise Fillon sei auf der Stelle tot gewesen, schätzungsweise zwischen neun Uhr und Mitternacht. »Ich würde aber eher elf Uhr als Mitternacht annehmen«, sagte der Gerichtsarzt zu Maigret. »Und ich habe noch etwas entdeckt, das Sie vielleicht überraschen wird. Wissen Sie, dass das Mädchen schwanger war?« Es überraschte Maigret allerdings. Er fragte den Gerichtsarzt, wie lange schon. »Etwa sechs Wochen«, meinte der. »Sie habe es wahrscheinlich nicht gewusst. Und wenn, dann erst seit kurzer Zeit.« Sechs Wochen. Also musste sie seit einigen Tagen etwas geahnt haben. Maigret war davon überzeugt. Ihre Schwangerschaft war der Schlüssel zur ganzen Tragödie. »Sind Sie's, Chef?« fragte am nächsten Morgen Janvier am Telefon. Seine Stimme klang erregt. Janvier hatte die Nacht auf dem Sofa in Louise Wohnung verbracht. Er erzählte Maigret, was vor zehn Minuten dort passiert war. Er war gerade in der Küche gewesen und hatte eine Tasse Kaffee getrunken. Zuerst hörte er ein leises Geräusch, wie einen Schlüssel, der sich im Schloss dreht. Er verhielt sich still, stellte sich aber so hin, dass er in den Salon hineinschauen konnte. Jemand kam herein, ging durch die Diele. Es war der Professor, übrigens größer und dünner, als Janvier ihn sich vorgestellt hatte. Er trug einen langen, dunklen Überzieher und einen Wollschal um den Hals, hatte den Hut auf und hielt Handschuhe in der Hand. Er machte ein paar Schritte, langsam, wie jemand, der nach Hause kommt. Einen Augenblick fragte Janvier sich, was der Professor denn so anstarre, und dann merkte er, dass es seine Schuhe waren. Janvier hatte sie auf dem Teppich stehen gelassen. Der Professor drehte sich um, erblickte ihn und runzelte die Brauen, nur ganz leicht. Und dann stellte er Janvier ganz gelassen die Frage, sind sie von der Polizei? Janvier war so überrascht von seinem Verhalten, von seiner ganzen Erscheinung, dass er nur nicken konnte. Eine Zeit lang hatten sich der Professor und Janvier wortlos gegenübergestanden. Der Professor hatte unentwegt auf Janviers Füße gestarrt. Schließlich brachte Janvier die Frage heraus, was wollen Sie hier, Professor? Der Professor gebe einem das Gefühl, so Janvier zu Maigret, dass man selber gar nicht da sei. Sogar wenn er einem in die Augen sehe, schenke er einem kaum mehr Beachtung als irgendeine Blume auf der Tapete. Ich wollte nur einen Blick hineinwerfen, weiter nichts, murmelte der Professor. Er warf dann auch wirklich noch einen Blick auf das Sofa, auf dem noch die Decke und das Kissen lagen, die Janvier benutzt hatte. Dann sog er den Kaffeegeruch ein. Und mit der gleichen unbeteiligten Stimme fügte er hinzu, es wundert mich, dass Ihr Chef nicht so neugierig war, mich sprechen zu wollen. Sie können ihm ausrichten, junger Mann, dass ich ihm zur Verfügung stehe. Er hat sich noch einmal im ganzen Raum umgesehen. Sie haben ihm also nachspioniert? Ja, ich habe ihm nachspioniert, wie gewöhnlich. Wie soll ich Ihnen das erklären? Ich tue es, weil ich es für meine Pflicht halte, ihn zu beschützen. Wie spät war es? Ungefähr acht Uhr. Wir hatten in aller Eile gegessen, weil er wieder ins Krankenhaus musste. Er ist also nur ein paar Minuten in der Wohnung von Louise geblieben und dann mit dem Fahrstuhl hinuntergefahren. Ja. Mademoiselle Dekot, seine Assistentin, wartete unten auf ihn. Sie wohnt unweit von hier. Sie fahren immer zusammen ins Krankenhaus. Auch Sie? Auch Sie. Gelegentlich. Um halb zwölf, vielleicht etwas früher, kam Etienne zurück. Ging Ihr Mann dann noch hinunter? Nein, er war müde. Und im Laufe des Abends ist also nichts Ungewöhnliches passiert? Sie haben kein Geräusch gehört? In diesen alten Häusern hört man nichts von einer Wohnung zur anderen und schon gar nicht von einem Stockwerk zum anderen. Sie müssen mich entschuldigen, aber ich muss jetzt hinauf. Etienne kann jeden Augenblick zurückkommen. Glauben Sie, dass Sie darauf verzichten können, ihn zu verhören? Im Augenblick halte ich es nicht für unbedingt nötig. Im Augenblick halte ich es nicht für unbedingt nötig. Am Quai des Orfevres war die Polizeimaschinerie in Gang gesetzt worden. Auf den Bahnhöfen wurden die Reisenden, deren Äußeres mit der Personenbeschreibung Pierros übereinstimmte, untersucht. Im Chapellviertel durchkämmte die Polizei Hotels und Pensionen und stand vor dem Hotel Duvar auf Posten. Maigret rief den Gerichtsarzt an. Der Schuss sei aus nächster Nähe abgefeuert worden. Louise Fillon sei auf der Stelle tot gewesen, schätzungsweise zwischen neun Uhr und Mitternacht. Ich würde aber eher elf Uhr als Mitternacht annehmen, sagte der Gerichtsarzt zu Maigret. Und ich habe noch etwas entdeckt, das Sie vielleicht überraschen wird. Wissen Sie, dass das Mädchen schwanger war? Es überraschte Maigret allerdings. Er fragte den Gerichtsarzt, wie lange schon. Etwa sechs Wochen, meinte der. Sie habe es wahrscheinlich nicht gewusst. Und wenn, dann erst seit kurzer Zeit. Sechs Wochen. Also musste sie seit einigen Tagen etwas geahnt haben. Maigret war davon überzeugt. Ihre Schwangerschaft war der Schlüssel zur ganzen Tragödie. Sind Sie es, Chef? Fragte am nächsten Morgen. Ich habe noch etwas entdeckt, das Sie vielleicht überraschen. Gut, es stehen auch ein paar Männerpantoffeln und eine Zigarrenkiste drin. Wissen Sie, wer der Mann ist? Ich habe ihn nie gesehen. Hat er nie angerufen, wenn Sie hier waren? Doch, manchmal. Wie nannte sie ihn? Pierrot. Ließ sie sich aushalten. Irgendjemand muss ja die Miete bezahlt haben. Und das Übrige. Wie alle Portierslogen dieses Stadtteils hatte auch diese etwas gutbürgerliches. Die Concierge, die höchstens 40 Jahre alt sein konnte, war gut und sogar mit einem gewissen Schick gekleidet. Kannten Sie Louise Fillon gut? Sie hat sich nie lange bei mir aufgehalten und immer nur durch den Türspalt nach ihrer Post gefragt. Sagen Sie, Madame... Cornet. Sagen Sie, Madame Cornet, der Mann, der Sie besuchte, war es eigentlich immer derselbe? Ich habe immer nur den einen hinaufgehen sehen. Ein Musiker. Woher wissen Sie das? Weil ich ihn ein paar Mal mit einem Saxophonkasten gesehen habe. War er gestern Abend hier? Ja, gegen 10 Uhr. Er ist nur etwa 10 Minuten oben geblieben und als er wegging, schien er es eilig zu haben. Sah er erregt aus? Nein. Hat Sie gestern Abend noch anderen Besuch empfangen? Nein. Glauben Sie, dass der Musiker Ihr Geliebter war? Ich weiß es nicht. Was meinen Sie damit? Nichts. Ich dachte an die Miete. Ich verstehe. Also nicht einer von den Musikern, die ihrer kleinen Freundin eine solche Wohnung bieten können. Behilflich zu sein. Zehn, zwölf Stunden am Tag, oft noch mehr weiche ich nicht von seiner Seite. Manchmal merkt er es gar nicht so. Selbstverständlich ist es für uns beide geworden. Vor langer Zeit, ganz am Anfang, ist auch das geschehen, was normalerweise geschieht, wenn ein Mann und eine Frau dauernd zusammen sind. Er hat es nicht wichtig genommen. Und Sie? Haben Sie es auch nicht wichtig genommen? Nicht im Geringsten. Sie haben ihm Ihr ganzes Leben geopfert? Ja. Sie sagten mir, dass es am Anfang zwischen Ihnen gewisse Dinge gegeben hätte. Heißt das, dass es Sie jetzt nicht mehr gibt? Gelegentlich kommt es noch vor. Wie stehen Sie mit seiner Frau? Weder gut noch schlecht. Gilt das für beide Teile? Nehmen wir an, dass ich in Madame Goins Augen dasselbe bin wie ihre Dienstboten. Sie versucht, sich zweifellos selbst davon zu überzeugen, dass sie Frau Professor ist. Warum hat Ihr Chef Sie geheiratet? Um nicht allein zu sein, nehme ich an. Versteht er sich gut mit ihr? Er ist nicht der Mann, der mit jemandem streiten würde. Aber sie sahen, dass sie ihre Füße kaum den Boden. Ihre Schuhe waren zu groß und ihr Kleid zu weit. Der Kaffee roch so gut, dass ich Migré ebenfalls eine Tasse einschenkte. Sind Sie nicht früher einmal wegen Ladendiebstahls verhaftet worden? Deswegen auch. Was ist eigentlich heute Morgen passiert? Ich war um acht hier. Ich stieß die Salontür auf und sah sie. Haben Sie sie angefasst? Ich brauchte sie nicht erst anzufassen, um zu wissen, dass sie tot war. Und weiter? Dann habe ich die Polizei angerufen. Und dann? Nach dem Anruf? Habe ich gewartet. Und was taten Sie inzwischen? Nichts. Sind Sie sicher, dass Sie nichts angerührt haben? Ganz sicher. Haben Sie keinen Revolver gefunden? Ich habe gar nichts gefunden. Sagen Sie, wusste Ihre Arbeitgeberin, dass Sie im Gefängnis waren? Ich habe es ihr erzählt. Und war sie nicht erschrocken? Sie fand es lustig. Es sollte mich nicht wundern, wenn sie selbst schon gesessen hätte. Was meinen Sie damit? Dass sie auf den Strich gegangen ist, bevor sie hier einzog. Woher wissen Sie das? Weil sie es mir erzählt hat. Aber selbst wenn sie es mir nicht gesagt hätte... Haben Sie eine Ahnung, wer Ihre Arbeitgeberin ermordet haben könnte? Nicht im geringsten. Empfängen Sie oft Besuche? Ich habe nie irgendwelchen Besuch gesehen. Allerdings gehe ich mittags weg. Wissen Sie, ob sie Bekannte hat? Alles, was ich weiß, ist, dass in einem der Wandschränke ein Männerschlafrock hängt. Es stehen auch ein paar Männerpantoffeln und eine Zigarrenkiste drin. Wissen Sie, wer der Mann ist? Ich habe ihn nie gesehen. Hat er nie angerufen, wenn Sie hier waren? Doch, manchmal. Wie nannte sie ihn? Pierrot. Ließ sie sich aushalten? Irgendjemand muss ja die Miete bezahlt haben. Und das Übrige. Wie alle Portierslogen dieses Stadtteils hatte auch diese etwas Gutbürgerliches. Die Concierge, die höchstens 40 Jahre alt sein konnte, war gut und sogar mit einem gewissen Schick gekleidet. Kannten Sie Louise Fillon gut? Sie hat sich nie lange bei mir aufgehalten und immer nur durch den Türspalt nach ihrer Post gefragt. Sagen Sie, Madame... Cornet. Sagen Sie, Madame Cornet, der Mann, der Sie besuchte, war es eigentlich immer derselbe? Ich habe immer nur den einen hinaufgehen sehen. Ein Musiker. Woher wissen Sie das? Weil ich ihn ein paar Mal mit einem Saxophonkasten gesehen habe. War er gestern Abend hier? Ja, gegen 10 Uhr. Er ist nur etwa 10 Minuten oben geblieben und als er wegging, schien er es eilig zu haben. Sah er erregt aus? Nein. Hat sie gestern Abend noch anderen Besuch empfangen? Nein. Glauben Sie, dass der Musiker ihr geliebter... ...werden, sie ein wenig erschreckt hätte. Was sie brauchte, war materielle Sicherheit. Eine geheizte Wohnung, drei Mahlzeiten am Tag, anständige Kleider. Was wäre aus ihr geworden, wenn es sie nicht mehr gegeben hätte? Ich hatte eine Lebensversicherung zu ihren Gunsten abgeschlossen. Auch eine zu Gunsten von Mademoiselle de Coe? Nein, das ist unnötig. Wenn ich nicht mehr bin, wird sie sich genauso an meine Nachfolger hängen, wie sie sich an mich gehängt hat. Es wird sich nichts in ihrem Leben verändern. Fühlen Sie sich nicht manchmal einsam in der Welt, so wie Sie sie sehen? Der Mensch ist einsam, wie immer er darüber auch denken mag. Es genügt, das einzusehen und sich damit abzufinden. Ich dachte, die Einsamkeit sei Ihnen ein Gräuel. Damit meinte ich eine andere Einsamkeit. Sagen wir, wenn Sie das vorziehen, dass ich mich vor dem Alleinsein fürchte. Ich bin nicht gern allein in einer Wohnung, auf der Straße oder im Wagen. Es handelt sich um eine physische Einsamkeit, nicht um eine seelische. Wie haben Sie reagiert, als Sie merkten, dass Louise schwanger war? Ich habe überhaupt nicht reagiert. Hat sie es Ihnen nicht gesagt? Nein. Ich nehme an, dass sie es noch nicht wusste. Sie erfuhr es am Montag gegen sechs Uhr. Sie sind danach bei ihr gewesen. Hat sie Ihnen nichts davon gesagt? Sie sagte nur, dass sie sich nicht gut fühle und sich hinlegen wolle. Dachten Sie, das Kind sei von Ihnen? Ich habe an nichts dergleichen gedacht. Haben Sie nie Kinder gehabt? So viel ich weiß nicht. Und Sie haben sich auch nie eins gewünscht? Weshalb denn? Es gibt Leute, die keine ernsthaften Interessen im Leben haben und sich einbilden, sie könnten durch ein Kind ihrem Leben irgendeine Bedeutung oder einen Sinn verleihen. Sie glauben, auf diese Weise etwas zu hinterlassen. Das ist bei mir nicht der Fall. Glauben Sie nicht, dass Louise angesichts Ihres Alters und des Alters Ihres Geliebten meinte, das Kind könne nur von Pirot sein? Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist das unhaltbar. Ich spreche von dem, was in Ihrem Kopf vorging. Das ist möglich. Genügte das nicht, um den Entschluss zu fassen, Sie zu verlassen und mit Pirot zu leben? Nein. Mir gegenüber hätte sie bestimmt behauptet, das Kind sei von mir. Hätten Sie es anerkannt? Warum nicht? Selbst wenn Sie an Ihrer Vaterschaft gezweifelt hätten. Was macht das für einen Unterschied? Ein Kind ist ein Kind. Hätten Sie die Mutter geheiratet? Ich sehe nicht ein, warum ich das hätte tun sollen. Sie glauben also, dass Louise gar nicht versucht hätte, Sie dazu zu überreden? Wenn sie es auch versucht hätte, erreicht hätte sie es nicht. Weil Sie Ihre Frau nicht verlassen wollen? Weil ich alle diese Komplikationen einfach lächerlich finde. Ich spreche offen mit Ihnen, weil ich Sie für fähig halte, mich zu verstehen. Haben Sie Ihrer Frau davon erzählt? Sonntagnachmittag, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es war Sonntag. Ich verbrachte einen Teil des Nachmittags zu Hause. Warum haben Sie sie erzählt? Ich habe es auch meiner Assistentin erzählt. Ich weiß. Warum fragen Sie dann? Was hat Ihre Frau dazu gesagt? Sie hat mich